Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Bierschinken-Podcast und ganz ehrlich Leute, ich habe keinen Plan, unter welcher Reihe wir das eigentlich machen. Thron ist da. Also erst mal, Thron ist da, Leute. Können wir mal Applaus bekommen dafür, dass Thron wieder im Podcast ist? Er applaudiert sogar selber. Ich glaube, Thron, wie lange hast du jetzt keinen Podcast aufgenommen? Kannst du das ungefähr sagen? Also nö. Da ich nicht mal wusste, mit welchem Account ich mich bei Skype einloggen soll, mit welcher Version von Audacity ich irgendwas aufnehme und wer ich überhaupt bin. Nö. Also ich schätze mal drei, vier Jahre nicht. Grob. Nee, das kann nicht sein, weil unsere Gäste, die wir heute da haben, waren das letzte Mal vor zwei Jahren da. Das ist überhaupt auch ein absolutes Novum. Das ist das erste Mal, dass ich zumindest Gäste zum zweiten Mal in meinem Podcast habe. Oder in unserem Podcast. Also ich entscheide jetzt einmal, das läuft unter Pop, Punk und Politik, weil ich gerade Lust darauf habe, das so zu machen. Aber wir könnten es eigentlich auch. Aber das ist eigentlich die bessere Idee. Wir machen es noch besser. Ich hecke einfach die Reihe, die neueste Reihe beim Bierschinken-Podcast, nämlich Sokolinks verhört. Haha, das ist eine Folge von Sokolinks verhört und wir drehen es um. Auf sozusagen gegenüber auf der anderen Seite im Verhörraum sitzen nämlich Siko und Oxhorn von Sokolinks. Herzlich willkommen ihr beide. Schön, dass ihr wieder da seid. Es ist immer eine Freude, euch zu sehen und es ist immer eine Freude, mit euch einen Podcast aufzumachen. Hallo. Aufzunehmen. Hallo. Ja, gehen wir zurück. Wir freuen uns auch sehr. Von hier wirklich weg. Ihr seid nicht nur, dass ihr schon das zweite Mal als Gäste im Podcast seid. Es gibt sogar einen eigenen Podcast über euer erstes Album. Also ihr seid wirklich schon, dann könnt ihr Bierschinken fast ein bisschen unterstellen, dass wir euch so ein bisschen hofieren oder so. Also dass ihr hier so ein bisschen. Aber, ja. Und ich musste aber gerade sogar, um eure neue aktuelle Platte, über die wir ja heute ein bisschen reden werden, um die zu bekommen, musste ich bei Bönks, musste ich tauschen bei Bönks, ne? Also nur, ne? Also, und Bönks hat mir gerade mich daran erinnert, dass ich sie noch nicht abgeholt habe. Ja, aber das werde ich jetzt tun, die Tage. Ja. Und die Platten, die ihr uns versprochen habt beim letzten von zwei Jahren, die habe ich immer noch nicht. Also, so viel dazu, wie das hier mit der Kooperations-Sohns-So funktioniert. Also, hofiert wird hier niemand. Mal ganz ehrlich, ich habe ja auch Aufgaben von euch übernommen, beim Bierschinken, ne? Ich habe jetzt auch schon vier Folgen gemacht, weil ihr zu faul seid. Da geht es vor allem um Thrun, um dich. Wegen dir gibt es ja diese, wegen dir gibt es ja vier. Jetzt ist die fünfte. Ja, aber heute, genau, jetzt ist die fünfte. Ja. Deswegen ist auch gut, dass du jetzt wenigstens mal da bist, nachdem ich deine Arbeit mache. Genau, da kannst du mich jetzt fragen, wie es gewesen wäre, wenn ich meine Arbeit gemacht hätte. Dann machen wir so einen fiktiven Metapodcast über Sachen, die gar nicht sind. Ich mach's kurz, war super. Du hast deine Arbeit, wenn du ich gewesen wärst, richtig gut gemacht. Oh, danke. Das ist nett. Schön. Mir fällt übrigens dabei auf, hätte trunenlange Haare, dann sähe er aus wie einer von Park & Riot. Also, das ist so. Oder? Ja, stimmt. So Bart und so. Der war übrigens sehr gut. Also es ist überhaupt nicht meine Musik, Park & Riot, aber das war ein sehr sympathischer Podcast. Also die Jungs waren sehr sympathisch. Das ist eine richtig geile Leiter. Generation, jetzt nicht so, aber die Band war richtig gut. Nee, das sind echt, echt liebe Menschen. Ja, also. Das sind echt liebe Menschen, die sind sogar so lieb, dass die jetzt 50 Prozent von sich uns ausleihen. Also Sammy wird jetzt für die nächsten vier Konzerte bei uns auch Schlagzeug spielen. Weil das einfach... Keine Namen, nein Mensch. Keine Namen, bitte. Doch, doch, Sammy schon. Weil Sammy darf auch gerne ohne Maske auftreten. Das haben wir so besprochen, weil er ja erstmal nur ausgeschüttet ist. Ach. Ja. Naja, und mit dem, mit diesen Bart und diesen Haaren, die kriegt er ja auch gar nicht unter die Maske runter. Ja, eben, eben. Das sähe doch voll halbern aus. Ich werde es trotzdem, ich werde es trotzdem bei den Proben versuchen, ihn dazu zu überreden. Das weiß Siko noch nicht. Hi, Siko. Hallo. Wir sind ja auch so. Ja, seid ihr denn so ein bisschen flexibel, was die Maske angeht? Kann er sich auch einfach selber eine Maske malen oder basteln? Wenn er sich eine Aldi-Tüte aufsetzen will, ist das für mich in Ordnung. Das ist aber bestickungstechnisch gefährlich, ne? Da kann man ja ein Loch unten drin haben. Aber es wäre nur für ihn gefährlich. Aber er könnte auch rumlaufen. Wenn er eine Hasselöder-Tüte aufsetzt, dann kann er sich auch weinen. Ja, ist krass mit der Latenz, oder? Ja. Ich glaube, Oxfam hat es einfach nicht verstanden. Nee, hier kam nichts an. Okay. Ich habe nur versucht, einen Witz zu machen und zu sagen, was ist, wenn eine Hasselöder-Tüte aufsetzt. Das habe ich noch gehört, allerdings die Antwort von Siko dann nicht mehr. Ja, Siko hat gar nicht darauf reagiert, er hat einfach dazwischen gequatscht. Genau. Das ist, ja. Ich glaube, das kann ja heiter werden heute. Also, liebe Siko-Links, ich fände diese Namen, ey. Oh mein Gott. Liebe Siko-Links, wir haben vor zwei Jahren, haben wir über euer Album, euer erstes Album gesprochen. Ich habe den Titel schon wieder vergessen. Ich bin froh, dass man den Titel des neuen Albums merken kann. Bloß kein Stress. erzählt mal in drei Sätzen ungefähr dem Interesse. Ich schaffe es eh nicht in drei Sätzen, weil ich rede jetzt eine halbe Stunde, aber darauf stelle ich mich ein. Also, versucht doch mal ein bisschen zu erzählen, was für eine, was alles so passiert ist, weil wir haben ja quasi noch mitten in Corona geredet. Ich weiß, dass wir diese Gespräche hatten. Oh Gott, wir wissen gar nicht, ob die Konzerte alle klappen und nix. Und, ne, irgendwie keiner hat Bock auf Sitzkonzerte. mich würde es mal interessieren, wie geht es euch eigentlich? Also, wie habt ihr diese zwei Jahre seit dem letzten Album, vor allem, als wir gesprochen haben, da war das letzte Album gerade rausgekommen. Da gab es das ja auch schon ein Jahr. Also, ihr habt da de facto schon ein Jahr auf dem fertigen Album gesessen. Erzählt mal, wie geht es euch? Also, wie ist so die letzten zwei Jahre für euch gelaufen? Und bitte, Leute, ihr seid doch fitte Laberbacken. Ja, ich wollte Oxfond den Vortritt geben. Ich wollte Siko den Vortritt geben. Ich wollte nicht frech sein. Boah, ey. Wir wollten einfach beide, wir haben beide einen Höflichkeitskurs belegt, ohne zu wissen, dass der andere das auch gemacht hat. Und da heißt es erstmal ab, was der andere sagt. Aber gut, dann mache ich es halt. Ja, hallo, erstmal schön für die Einladung. Danke. Ich freue mich, euch auch wiederzusehen. Auch wenn Thrun jetzt aussieht wie einer von Park & Riot, aber das ist egal. Ich erkenne ihn trotzdem wieder. Ja, der Unterschied... Ich zähne mit, war der erste Satz. Ja, ja. Ich kann auch ganz viele Schachtelsätze machen. Das ist jetzt übrigens ein Einschub, ein gedanklicher. Deswegen zählt der Satz jetzt nicht mit, Komma. Und ja, ich versuche mal in drei Sätzen das zu sagen. Ab jetzt. Der Unterschied war jetzt erstmal, dass wir genau wussten, wie wir aufnehmen werden, mit wem wir aufnehmen werden. Das war vorher schon mir klar, aber den anderen war es nicht klar, weil die Sascha da erst kennengelernt hatten. So war, dass wir jeden greifbarer, was als nächstes passieren wird. Die Crew haben wir auch so gelassen. Also es gibt auch Songs wieder von der Tante Renate. Und ja, unser Schlagzeuger war da halt noch da und hat fleißig Songs mitgeschrieben, hat eingetrommelt wie ein Weltmeister und hat das auch sehr gut gemacht. Und was ein bisschen krasser war, war die Tatsache, dass nicht alles nach Plan gelaufen ist. Zum einen hatten wir im Studio dann entschieden, noch einen Song komplett umzuwerfen, neu zu schreiben. Zum anderen gab es dann noch ein paar private Ereignisse, die dann dazu führten, dass ich beispielsweise erst dann kurzfristig ein, zwei Tage nicht dabei sein konnte, sodass wir dann nochmal ins Studio mussten. Also wir haben es jetzt im November 2022 nicht geschafft, das Album fertig aufzunehmen und haben uns dann entschließen müssen, im April letztes Jahres nochmal ins Studio zu gehen. Und ja, das war erstmal blöd, hat sich aber dann doch irgendwie als Glücksgriff herausgestellt, weil wir dann nochmal die Möglichkeit hatten, an den Songs so ein bisschen zu schrauben, was den Vorteil hatte, dass drei Songs auf alle Fälle wesentlich besser geworden sind, als wenn wir im November fertig geworden wären. Okay, lass mich mal ganz kurz eine Frage stellen, an der Stelle. Also erstens erstmal danke, du greifst mir ein bisschen zu sehr vor, mich würde nochmal interessieren, bevor wir jetzt so einsteigen, auch gerade Aufnahmeprozess des neuen Albums, weil da gibt es echt eine Menge zu erzählen zu. Mich würde mal interessieren, wie gesagt, wir haben ja während Corona das letzte Mal wirklich geredet, also wir waren noch mitten eigentlich in diesem ganzen Pandemie-Lockdown-Ding. Was ist so ein bisschen passiert? Ihr seid dann ja eigentlich, also quasi, wann war das? Ja genau, 2021, nee, 2022 haben wir gesprochen. Aber wie war denn so, was ist, was ist denn so passiert dann für euch erstmal? Also was, was habt ihr für Konzerte gespielt? Wie, wie, wie ist es eigentlich losgegangen? Weil ich habe euch zum Beispiel das erste Mal live gesehen, erst im Januar 2023. Das war das erste Mal live im Schokoladen. Aber jetzt, Oxhorn meldet sich schon ganz brav, wie in der Schule, wie er es gelernt hat. In der Oberfachschule irgendwo in Sachsen, richtig? Äh, nein. Ach so, okay. Ja, wie ging das, wie ging das damals nach dem Interview weiter? Corona war ja noch irgendwie so ein bisschen in der Hochphase, aber dann tatsächlich für uns schon am Auslaufen. Wir haben dann 2022 doch noch etliche Konzerte spielen können. War auch zum Glück kein einziges Sitzkonzert dabei. Und wir hatten dann, ich weiß gar nicht, ob das nach unserem Interview war, hatten wir eine Booking-Firma bekommen, Plastic Bomb Booking. Der Bonny hat uns quasi übernommen und hat uns für 2023 auch sehr gut vollgepackt. Also wir haben dann Ende 2022 ein bisschen was gespielt und 2023 richtig, richtig viel. Wie viele? Weißt du das? Wie bitte? Weißt du, wie viele Konzerte es waren? 23? Ja, 27 oder so. Also okay, amtlich. Ich höre nix. Ja, also mehr als 30 waren es nicht, aber wir haben schon so viel gespielt, dass es sich erst mal gut angefühlt hat, für die meisten in der Band zumindest. Und ja, da haben wir natürlich Lust, da irgendwie anzuknüpfen. Leider hat unsere Booking-Firma, also in dem Fall Bonny, einen neuen Job gehabt. Das hat dann dazu geführt, dass er sich umorientieren musste, bedeutete, dass er uns dann leider den Korb geben musste, weil er jobmäßig einfach nicht mehr hinterher kam, uns parallel zu buchen. Und somit haben wir jetzt eine neue Booking-Firma, das wäre The Living Proof Agency, wo wir jetzt untergekommen sind. Die haben natürlich jetzt dadurch, dass das erst so im Februar losging und die Entscheidung gefallen ist, dieses Jahr jetzt gar nicht mehr so viel machen können, weil da ja schon die Planung bei Festivals etc. meistens schon durch war. Die bearbeiten aber jetzt die ganzen Anfragen, die reinkommen, und planen für nächstes Jahr uns jeden hoffentlich einen guten Festivalsommer. Es ist eine Tour geplant fürs Frühjahr. Und ja, da sind wir einfach mal gespannt, wie sich das entwickeln wird. Für dieses Jahr spielen wir das, was reinkommt, was angefragt wird und was für uns machbar ist. Und dann hoffen wir mal, dass es dann nächstes Jahr live-mäßig dann geordneter und ja, einfach für uns doch mal ein bisschen vorangeht. Du hast es gerade angesprochen, was mich ja ein bisschen interessieren würde, das war jetzt schon mehrfach Thema auch, euer eigentlicher Schlagzeuger hat ja so ein bisschen gesagt, nee, das ist mir gerade zu viel oder ich möchte mich da ein bisschen zurückziehen oder rausziehen. Was hat denn das mit euch, ihr habt ja selber gesagt, ihr habt ja relativ viel gespielt, auch 22 noch. Was hat es denn mit euch persönlich so gemacht? Also, es ist ja auch nicht immer geil. Also, ich finde, Konzerte spielen ist immer cool, aber man hängt ja auch viel aufeinander. Das ist auch manchmal ein bisschen anstrengend. Jetzt kennt ihr euch schon lange, vielleicht geht's das. Aber trotzdem, wie war das so auf der persönlichen Ebene? Und Thrun, das ist übrigens ein Podcast, wo du Co-Host bist. Das heißt, du wirst schon reden. Ich habe ja mit diesem ganzen Szene-Ding ja nichts mehr zu tun. Ich warte mal so ab, was sich hier so ergibt, wo ich denke, vielleicht kenne ich das noch von früher. Aber so dieses Konzerte-Ding, ah, schwierig. Schwierig. Erzähl erst mal, vielleicht komme ich wieder rein. Aber du hast uns ja in Kiel besucht, und da hast du uns auch dein Arsstatut gezeigt. Da warst du noch voll drin in der Szene und hast auch richtig losgelegt. Wir haben uns das erste Mal gesehen und schon hatte ich deinen Arsch in der Fresse. Also was willst du mir erzählen? So lange ist es auch noch nicht her. Wann war das denn? War das Anfang 23? Ja. Februar 23. Februar 23. Guck mal. Ist das nicht das Konzert? Naja, das ist schon fast anderthalb Jahre her, ne? Aber ist das nicht das Konzert-Oxon, wo du dir irgendwie den Fuß gebrochen hast oder irgendetwas? Naja, angeknackst. Ja, gebrochen nicht. Aber ich bin von der Bühne abgerutscht und hab, ich weiß nicht, was da war, Prellung oder irgendwas. Mussten dann auf jeden Fall das Konzert vorzeitig abbrechen. Ah ja. Okay. Gut, so viel zum, wie es euch persönlich so mit den Sachen ging. Schwere Verletzungen. Nee, also nochmal zurück zu deiner Frage. Ich versuche sie mal einzufangen wieder. Also mir persönlich, ich kann jetzt so für mich reden, hat das echt viel Spaß gemacht. Für mich hätte es auch mehr Konzerte geben können. Aufgrund beruflicher Situation war das dann nur bedingt möglich. Aber alles, was irgendwie möglich war, haben wir soweit gespielt. Ich glaube, da sind Oxon und ich uns auch einig, dass wir das gerne beibehalten wollen. Wenn es ein bisschen mehr wird, ist dann auch keiner böse, insofern das machbar ist, mit Privaten und Beruflichen das zusammenzubringen. Unser, also in dem Fall nix, hat dann irgendwann für sich entschieden, dass ihm das zu viel ist mit der Spielerei und hat gemeint, dass er nicht mehr live spielt. Dann hatten wir eine kurze Diskussion, also in dem Fall Oxon und ich, wie wir damit umgehen wollen, weil wirklich ausgestiegen war er zu dem Zeitpunkt nicht. Für uns beide hat sich das aber so angehört, weil für uns natürlich eine Band ist, wo alle irgendwie das machen, wofür sie auch da sind. Jetzt ein Schlagzeuger, der nicht live spielt, war dann so ein bisschen, naja, ja, da haben wir so ein bisschen ausgehandelt. Was daran lag, dass das, ja, dass nix einfach so ein bisschen vorbelastet war gesundheitlich und da haben wir gesagt, okay, wir wollen ihm jetzt irgendwie nicht was nehmen aus gesundheitlichen Gründen, sondern wir gucken mal, wie wir das irgendwie hinkriegen, dass er Teil der Band bleiben kann, weil wir ihn auch unheimlich sympathisch finden und ihn auch, ja, sehr, sehr ans Herz, er uns sehr ans Herz gewachsen war und immer noch ist. Und dann haben wir probiert, da irgendwie eine Lösung zu finden. Und die Lösung sah dann so aus, dass wir dann einen Live-Schlagzeuger uns besorgt haben, haben versucht, alles so klar wie möglich zu kommunizieren, was die Aufgabenverteilung ist, der Live-Schlagzeuger eben nur für live und alles andere, was dann neben Live-Spielen passiert, eben dann noch bei nix liegt. Und während der Phase, wo wir beide Schlagzeuger hatten, haben Oxo und ich dann irgendwie so festgestellt, nee, na, so wirklich funktionieren tut das nicht, weil der Mensch, der die meiste Arbeit hat, am wenigsten gesehen wird, was jetzt die Schlagzeuger betrifft. Und so hat sich dann so ein wenig dann herauskristallisiert, dass diese Art und Weise, eine Band zu führen, offensichtlich nicht so gut funktioniert. Und, ähm, ja. Und dann kamen wir dann irgendwann zu der Erkenntnis und zu der Entscheidung, dass es jetzt wohl besser ist, jetzt, ähm, erst mal keinen Schlagzeuger zu haben, zumindest keinen festen, erst mal alles so zu planen, dass wir, dass wir jetzt die Konzerte, die, die angestrebt sind, die wir jetzt auch schon gebucht haben, die auch fest zugesagt haben, dass wir die alle gefüllt kriegen, mit Ersatzschlagzeugern, wie eben zum Beispiel Sammy, aber vielleicht kommen auch andere dazu. Und dann haben wir noch, uns jetzt überlegt, also Oxo und ich, dass wir jetzt bis Ende des Jahres uns dann wirklich auf die Suche begeben, dass wir dann wieder einen richtig festen Drummer, einen Drummerin, also alle sind eingeladen, die Schlagzeug spielen und in der Nähe von Leipzig wohnen, sich, äh, bei uns zu melden und wollen einfach dann mit einem, mit einem neuen Schlagzeuger, mit einer neuen Schlagzeugerin und alles, was dazwischen ist, ähm, ja, einfach dann nochmal neu starten und loslegen, ja. Wie würdest du das, oder wie würdet ihr das bewerten? Ihr beide kennt euch ja jetzt schon, fast, glaube ich, euer ganzes Leben, ihr seid schon ewig lange, macht die Musik zusammen und kennt euch. Ähm, ist es leicht für jemanden von außen reinzukommen in dieses Konstrukt? Also, mal ganz ehrlich betrachtet, ist das, ist das was, wo ihr sagen würdet, ja, ja, wir sind da schon offen oder, boh, hm, ist schon auch ein tough Job. stelle ich mir als Außenstehenden schon tatsächlich sehr schwierig vor. Also, wir sind ja nur zwei Typen, die uns irgendwie, äh, 30 Jahre kennen oder was und, äh, da hat man natürlich auch so seine Abläufe. Ähm, das ist, glaube ich, schon schwierig, wenn du bei uns einfach mitmachen willst. Also, du kannst dich nicht an unsere dämlichen Gags ranhängen. Das ist etwas, was nicht funktioniert. Ja. Ich glaube, man sollte schon irgendwie menschlich, glaube ich, schon eher das Scharnier sein und dann mal schauen, äh, wo man sich da positioniert. Also, gar nicht so vorpreschend, denke ich am Anfang. Also, quasi der Rockgons. Aber wie das bei Menschen halt auch immer ist, äh, die Chemie muss halt stimmen, so, ne? Das, äh, ja. Aber ihr seid ja auch nur zwei. Also, es ist ja, glaube ich, noch mal deutlich anstrengender, wenn du in irgendwie ein größeres Bandkonstrukt reinkommst, als nur bei euch zwei Hanseln. Ich weiß nicht, ob das einfacher ist, weil, wenn du, ich sag mal, in eine Band einsteigst, zum Beispiel, was weiß ich, die toten Hosen schmeißen jetzt Campino raus und, ähm, und, ähm, die suchen jetzt einen neuen, äh, Sänger für die große Helene-Fischer-Schlager-Show auf MDR und, ähm, dann kommst du dazu, dann hast du immer, da hast du vier Leute, mit denen du, äh, andocken kannst. Also, wenn du dich vielleicht irgendwie mit dem Schlagzeuger nicht so gut verstehst, was ich mir bei den Hosen jetzt nicht vorstellen kann, ich glaube, mit dem versteht sich jeder. Aber wenn du dich jetzt mit dem Drama nicht gut verstehst, hast du vielleicht noch den, den Bassisten, die Gitarristin, du hast irgendwo eine Person. Und bei uns beiden ist es aber so, äh, in diese Zweier-Konstellation reinzukommen, ist, glaube ich, wesentlich schwieriger. Ja. Ja. Ich stelle mir das vor von außen betrachtet. Ich hatte jetzt, kann jetzt mal nur für nichts reden, weil er bisher der einzige feste Schlagzeuger war. Ähm, er hat auf alle Fälle menschlich sehr, sehr gut reingepasst. Äh, also, war mein Eindruck. Wir haben viel gelacht unterwegs, ähm, haben viele intensive und intime Gespräche geführt, äh, haben, äh, wirklich auch Pläne geschmiedet gemeinsam. Und das ist dann, aus welchen Gründen auch immer, das, das habe ich nicht ganz genau verstanden, immer weniger geworden. Also, man hat dann wirklich, ähm, ja, wie so eine Sanduhr. Alle oben war noch das ganze, äh, ja, machen wir auf jeden Fall, also wirklich das ganze Engagement und der Enthusiasmus. Und wie bei so einer Sanduhr wurde es dann oben immer weniger, immer weniger, immer weniger. und dann haben Oxon und ich schon uns auch die Frage gestellt, okay, wenn, wenn du bei nichts mehr irgendwie dabei bist, außer, äh, gelegentlich beim Schlagzeugspielen live, wenn der andere nicht kann und beim Songwriting, wo du aber jetzt auch dann so langsam für dich entscheidest, das war dann auch so ein, ein, ähm, so eine Diskussion, die wir dann hatten, äh, wenn er mir dann Demos vorspielt, die aber gar nicht für die Band sind, wo ich mir denke, okay, warum spielst du mir die vor, äh, ohne mir das zu sagen und dann, und das eigentlich deine eigentliche Aufgabe noch ist oder die einzige verbliebene Aufgabe und dann macht er Musik und ist das nicht Teil der Band, dann habe ich mir schon die Frage gestellt, okay, dann welchen Mehrwert hat das auch dann noch für dich, für uns, so insgesamt? Und, ähm, deswegen ist die Situation dann so gekommen, wie sie gekommen ist und Oxon und ich haben dann einfach die Entscheidung getroffen, dass wir das dann so nicht mehr weiterführen können und wollen. Und, ja, das, äh, ist so eine Frage, ich glaube, eigentlich hat es gut reingepasst, ähm, das kann aber auch sein, weil der Altersunterschied ein bisschen größer war, dass, das ist trotzdem eine Dynamik zwischen uns beiden, gibt es zwischen Oxon und mir, die sich ja auch über Jahre schon, schon gefestigt hat und auch entwickeln konnte, dass das schon tatsächlich schwierig ist, da irgendwie reinzukommen. Da bin ich mir mittlerweile auch sicherer als noch vor, 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 vor dem Jahr. Hm. Also wenn man zwei Krawallmacher in der Band hat, brauchst du halt keinen dritten, ne? Dann brauchst du schon eher, äh, vielleicht eine Waage, die beide Personen, äh, verteilen kann, auf die linke und auf die rechte Seite. Wenn die dritte Person halt auch ein Krawallmacher ist, dann wird es, glaube ich, menschlich schwierig. Na, es ist spannend, ich muss, er hat sofort diese Assoziation mit Rod Gonzalez, der ja bei den Ärzten Anfang der 90er eingestiegen ist, da jetzt haben wir es wieder, das Fahrrad-Urlaub-Thema, ja, was ihr auch mit der neuen Platte nicht losgeworden seid. Aber er zu spielte. Also ich weiß ja auch, dass er gut Schlagzeug spielen kann, also wenn er Zeit hat, kann er gerne mitmachen, weil, also, auch wenn es einen blöden Grund hat, einen traurigen Grund, aber abwärts ist jetzt auch Geschichte, insofern hätte er jetzt Zeit, bei uns Schlagzeug zu spielen. Wahrscheinlich hat er das tatsächlich, ich meine, so viel spielen die Ärzte ja nicht. wir suchen, wir suchen einen neuen Schlagzeuger, Soko Links sucht einen neuen Schlagzeuger, eine neue Schlagzeuger, den Rott, wenn du Bock hast, komm einfach vorbei. Unsere Telefonnummer steht bestimmt im Internet. Und wenn du einfach noch Bock hast, einen Merch bei uns zu machen, da suchen wir auch immer fitte Leute, von daher, fühl dich aufgerufen, uns anzurufen. Aber was mich, was ich tatsächlich ganz spannend finde, und es ist ein Thema, das ist mir jetzt in der Vorbereitung, die zugegebenerweise etwas knapp war, aber ist mir ein Thema aufgefallen, das ich gerne ansprechen wollte, und also wir haben ja schon, also ihr beide kennt, euch seit über 30 Jahren, oder 30 Jahre jetzt, ihr kommt aus dem, oder ihr kommt zumindest aus derselben Gegend, ich glaube sogar aus dem selben Ort, ich habe mich gefragt, inwiefern auch so eine Biografie, Siko, du hast es in einem Interview gesagt, du bist aus eher, ja, finanziell schwach aufgestellter Familie gekommen, ich habe mich mal gefragt, eigentlich, wie, wie so diese eigene soziale Biografie, Biografie, oder auch finanzielle Biografie, wie die eigentlich einen so zusammenschweißt, wenn man zum Beispiel jetzt so eine Punkband, oder Punkbands hat, wie ihr das habt, also, versteht ihr, worauf ich hinaus will, also ein bisschen mehr, ich glaube schon, ja, ich würde da vielleicht andocken, weil ich glaube, dich verstanden zu haben, du darfst mich gerne unterbrechen, falls du mitbekommst, dass ich dich nicht richtig verstanden habe, und zwar, Oxon und ich haben schon auch ähnliche Biografiebrüche, so generell auch so Sachen, wo wir frühzeitig auch miteinander andocken konnten, wo wir persönlich miteinander auch sprechen konnten und uns auch austauschen konnten, hinzu kommt, dass wir beide keine musikalische Früherziehung genossen haben, was bei mir zumindest an finanziellen Gründen lag, dass das nicht ging, Oxon war das Problem genauso vertreten, so dass wir, als wir uns kennenlernten und uns entschieden hatten, Musik zu machen, das war so Ende der fünften, Anfang der sechsten Klasse, war das musikalische Know-how einfach ähnlich, also nicht vorhanden, und insofern hat uns das beide schon auch geprägt, weil wir niemanden hatten, der so weit vorausgeschritten war, dass man selber dann demotiviert irgendwo dann an der Seite Platz nahm, sondern wir beide konnten uns messen, konnten in den Wettstreit gehen, ohne dass man das Gefühl hatte, jemanden abzuhängen. Siko, du bist bei mir zumindest gerade total abgehackt, leider. Ja, das ist hier auch so. Die letzten fünf Sätze waren leider nicht zu verstehen. Okay, ist es immer noch abgehackt? Also zuletzt, ihr habt dann Ende fünfter, sechster, nee, jetzt ist wieder gut, Ende fünfter, sechster Klasse habt ihr angefangen, Musik zu machen, und es scheiterte auch an den finanziellen Möglichkeiten. Genau, und dadurch, dass wir keine musikalische Ausbildung hatten, beide, haben wir auf dem selben Level begonnen, und das wiederum führte dazu, dass wir jetzt zwar im Wettstreit irgendwie getreten sind, aber nie jemand so vorausgeschritten war, dass der andere sich dann demotiviert beiseite nahm und da irgendwie sich abgehängt fühlte. Das ist nicht passiert. Wir haben quasi am Anfang dieselben Entwicklungsschritte gemacht an derselben Stelle. Also wir sind quasi Hand in Hand 100 Meter gelaufen. Okay. Also das Thema finde ich nämlich wirklich sehr interessant. Da kommen wir wahrscheinlich auch nochmal am Thema Politik heute im Podcast, anstehende Wahlen, Thüringen, Sachsen. Inwiefern war euch das bewusst, in der fünften, sechsten Klasse, dass sozusagen eure Eltern nicht die finanziellen Möglichkeiten haben, die, keine Ahnung, vielleicht andere, also inwiefern war das einfach präsent für euch, sag ich mal, die finanzielle Situation eurer Familie hin? Ich weiß gar nicht, ob das mir als Kind so präsent war, weil das Aufwachsen zumindest dahingehend schon finanziell behütet war. Also zumindest, der Vater hatte immer einen festen Job gehabt, auf jeden Fall, in der Fabrik, die mal 5000 Leute hatte, jetzt noch 300, und der ist seit der Lehre dort und geht auch dort in die Rente. Ich glaube, bei der Mutter war es halt schwierig, auch immer durch diese, ja, durch die Geschichte, dass du halt Kinder kriegst, dann vielleicht mal eine Ausbildung abkriegst und so. Aber ich meine, es ging jedes Jahr in Urlaub und die Bude stand auch immer voll mit Müll. Also, was ist nicht ein zweiter Fernseher und irgendwie, keine Ahnung, ein zweiter Mülleimer. Also Müll lag da nicht rum. Da war meine Mutter sehr penibel. Ja. Aber ich glaube, finanziell hat es jetzt mir an nichts gemangelt. Okay. Ja, das sieht bei mir wahrscheinlich ein bisschen anders aus, weil meine Mutter war ab einer Zeit... Bei dir lag Müll rum in der Bude. Bei mir lag Müll rum, genau. Nee, tatsächlich war es so, meine Mutter war dann ab einem gewissen Zeitpunkt Alleinerziehende mit drei Kids und hatte auch jetzt nicht den bestbezahltesten Job, sodass immer geguckt werden musste, woran habe ich erkannt, dass wir recht arm waren. Wir haben die Klamotten von meiner Cousine und von meinem Cousin getragen. Zum Teil hatte ich Frauenhosen an, die sich sehr, sehr unbequem hinten am Arsch so einschnitten. Dann gab es grafikfähigen Taschenrechner, den wir brauchten. Dann mussten wir das Sozialamt um Geld bitten, dass wir den kriegen. Ähnlich war das auch bei Klassenfahrten einfach, wo es dann klar war, okay, wir alleine können uns das nicht leisten. Wir müssen irgendwie gucken, dass wir das über das Sozialamt finanziert bekommen, dass wir da nicht noch mehr abgehängt werden und noch mehr exkludiert werden, dass wir da irgendwie teilnehmen dürfen. Da hat sich meine Mutter tatsächlich ziemlich krass gut drum gekümmert, dass die Armut jetzt irgendwo aufgefangen werden konnte an Stellen, wo man finanzielle Hilfe erwarten konnte. War das denn ein Thema auch zwischen euch, als ihr so jung wart? Also ist euch das irgendwie bewusst gewesen, gegenseitig, dass das so unterschiedlich ist? Also ich würde es jetzt an der Stelle tatsächlich mal verneinen, mit nur drei Sekunden Überlegungszeit, weil in den 90ern, in der Kindheit, also für uns waren irgendwie Sachen wichtig, wie wir gehen gemeinsam Fußball spielen oder wir hängen einfach gemeinsam ab. Und irgendwie sind wir trotzdem an die neuesten Alben rangekommen. Einer von uns beiden konnte sich das halt immer kaufen. Man hat sich dann halt Kassetten übergespielt, hat gemeinsam Musik gehört oder jeder dann für sich. Wir haben halt draußen abgehangen. Da war jetzt, und wenn es dann irgendwie ging, jemand hatte zwei Mark, dann wurden da halt zwei Tüten Chips und zwei Colas geholt. Wir lebten halt nicht zum Glück in der Zeit, dass du das neueste Smartphone haben musstest, das iPhone, weiß ich nicht, 15 Pro für 2000 Euro. Das war bei uns kein Thema. Da waren irgendwie zwei Fahrräder vorhanden, ein Fußball und ein Kassettenrekorder und ein CD-Spieler. Und das reichte uns eigentlich. So würde ich das zumindest frühzeitig betrachten. Ich weiß nicht, ob du das anders siehst, Sigo. Ja. Nein, Oxon, ich sehe das nicht anders. Nee, ich habe manche Platten einfach geklaut auch. Also mir ist in Erinnerung geblieben, dass das tatsächlich nicht so wirklich eine Rolle spielte, was eben, wie es Oxon schon sagte, daran lag, dass wir viel draußen waren und technische Gerätschaften in unserer Freundschaft wie eine Rolle spielten. Wir hatten auf alle Fälle immer so einer, der die CDs gekauft hat. Und Oxon meinte, er hätte sie gekauft. Ich habe sie zum Teil eben geklaut. Also das war dann so, dass ich mir dachte, okay, wenn ich es nicht so kriegen kann, dann besorge ich es mir halt so. Das heißt, ich bin dann relativ geübt gewesen, mir Dinge zu besorgen, die ich brauchte. Ganz witzig vielleicht noch die Anekdote. Meine erste CD, die ich geklaut habe, war von den Toten Hosen, nämlich unsterblich. Und das Ding war aber, ich wollte die gar nicht klauen. Ich hatte 50 Mark einstecken, die deutsche Mark, und stand, glaube ich, wirklich ungelogen zehn Minuten an der Kasse. Dann kam halt keiner. So, dann habe ich sogar noch ganz leise und ganz schüchtern gesagt, hallo? Dann kam halt niemand. Und dann dachte ich mir, okay, wenn da keiner kommt, dann kann ich die auch mitnehmen. Und dann habe ich die mitgenommen. Und ich wage zu behaupten, dass ich der Anfang war vom Ende von Schlecker. Kannst du bitte nochmal sagen? Ich dachte von den Toten Hosen. Na, die nicht. Die nicht. Die sind ja dann noch Jahre später berühmt geworden mit An Tage wie die sind. Aber ganz kurz, welche CD hast du denn dann aus Versehen geklaut? Das habe ich doch gerade gesagt. 99 Unsterblich. Oh Gott, das ist ja richtig scheiße. Oh mein Gott. Echt? Das ist ja wirklich gut. Also die letzte halbwegs hörbare CD der Hosen ist ja wohl Opium fürs Volk 95 oder 94, 95 glaube ich. Ich sehe das noch ein bisschen anders. Ich finde, dass die Auswärtsspiel auch noch ganz gut waren. Das ist aber ein Live-Album. Das Auswärtsspiel ist zum Beispiel, was zählt drauf? Nur zu Besuch. Wir werden siegen. Ich finde, das Leben davor und danach. Ja, das kann ich alles gar nicht. Tatsächlich. Also wir haben die gehört und fanden die gut. Das war die erste Platte mit Wommen, so richtig eingespielt. Und ich fand die gut. Was danach kam, fand ich dann nur noch streckenweise gut, aber auch nicht mehr so als ganzes Album. Und die Auswärtsspiel an sich fand ich schon auch noch gelungen. Was vielleicht auch daran lag, dass ich zu dem Zeitpunkt alles aufgesogen habe, was irgendwie Rock war und deutschsprachig bis auf fragwürdige Bands. Naja. Ja, zu dem Zeitpunkt noch nicht. Zu dem Zeitpunkt noch nicht. Witzig wäre natürlich gewesen, wenn du die Kauf nicht geklaut hättest. Aber das wäre toll gewesen. Aber das gibt das Leben leider nicht her als Anekdote. Schade eigentlich. Ja, ich hätte jetzt eigentlich die Geschichte noch anders erzählen können. Aber Oxan, wir werden mal ein Album rausbringen, das heißt Klau mich. In demselben Design, okay? Wie die kauf mich, das finde ich super. Ja, oder? Da möchte ich gerne ein Feature drauf machen. Millennial-Punk-Humor, das ist jetzt nicht so laut. Wir greifen einfach auf die Doku zurück. Ich wollte gerade sagen, die Doku wollte ich jetzt auch noch erwähnen. Haben wir auch noch. Lass uns nochmal zurückkommen. Trotzdem, du hast gerade erzählt, Siko, diese Situation mit Klassenfahrten. Ja. Ich kann mich daran aber auch, also ich weiß nicht, wie das, ich bin ja in Hamburg auch, zumindest während der Zeit dann aufs Gymnasium oder Anfang Gymnasium war dann schon auch, ich sag mal, in einem Stadtteil mit eher, ja, finanzschwachen Milieu. Und ich kann mich erinnern, dass es auch, ich hatte einen Freund, der auch immer nach vorne gehen musste vor der gesamten Klasse und diesen Zettel vom Sozialamt damals ja noch abgeben musste. Also insofern, ich hab das damals auch nicht so, ich hab da gar nicht so viel drüber nachgedacht, auf der anderen Seite komme ich halt auch aus einer total privilegierten Familie, deswegen war das auch nie Thema. Aber ich stelle mir das schon auch nicht ohne vor, oder? Oder ist das einfach gerade so, dass es tatsächlich wirklich keine große Rolle gespielt hat für dich? Naja, wir haben jetzt gerade von einer Freundschaft gesprochen zwischen Oxon und mir, da hat tatsächlich wenig eine Rolle gespielt, aber so prinzipiell, was so das Urlaub fahren betraf oder betrifft, ja betraf, war es dann schon so, dass es auffiel, dass alle anderen irgendwie weggeflogen sind oder irgendwie im Ausland waren. Wir haben dann irgendwie Urlaub in Hannover gemacht mit einem Arbeitskollegen, meiner Mutter. Das war mega weird so, weil wir da, die Wohnung war auch nicht unfassbar groß. mein Bruder und ich, wir haben uns an der Couch geteilt, um da zu schlafen. Das war wirklich mega strange dann und so oft waren wir aus meiner Erinnerung heraus zumindest eine gewisse Zeit gar nicht im Urlaub. Also das ist aufgefallen und da war ich dann, glaube ich, auch schon ein bisschen neidisch auf andere und auch auf Oxon so ein bisschen, weil der mir dann von Italien erzählte und dann von der Reise und von der Reise, wo man mit den Eltern war und das gab es jetzt, ich will da jetzt kein Unrecht tun, aber es gab es dann nur partiell und wenn dann meistens dann auch nicht so wirklich in, also spätestens als, ja ich sag's mal, spätestens als der Vater dann nicht mehr da war und in der familiären Kosmos gar keine Rolle mehr spielte, war das Geld eben so eng gesät, dass wir da eh andere Sorgen hatten, dass wir froh waren, dass überhaupt genug Essen da war, um es mal so zu formulieren. Und würdet ihr, also und ich komme, ich komme im Laufe des Podcasts noch mal drauf, aber mich würde es interessieren, würdet ihr sagen, dass eure sozusagen, eure Erfahrung aus der Zeit auch vielleicht ein Stück weit mitbestimmt dafür ist, dass es für euch in eine musikalisch-politisch-linke Richtung gegangen ist? Also kann es sein, dass man vielleicht irgendwie daraus vielleicht auch, also, dass man daraus so ein bisschen eine Haltung abgeleitet hat, die einen vielleicht nachhaltig beeinflusst hat? Boah, weiß ich gar nicht. Ich habe gestern erst wieder diese wunderschöne Geschichte erzählt. Das war halt um in den 90ern und so, du warst 10, 11, 12 Jahre und du bist zum Fußballplatz gegangen und hast gefragt, ey, darf ich mitspielen? Und dann wurde einem die Frage gestellt, bist du links oder rechts? Und wenn du die falsche Antwort gegeben hast, durftest du halt nicht mitspielen. Und ich glaube, man ist auch einfach durch die Schule, wir sind auf die Schule gekommen, gemeinsam in der 5. Klasse mit 10, 11 Jahren. Und da gab es eine herrliche Gruppe Punks und das fanden wir schon immer anziehend, während wir die Faschos halt abstoßen fanden. Und ich glaube, das hat sich dann einfach relativ schnell halt einfach in die Richtung entwickelt. Und irgendwann wird man halt logischerweise schnell auch politisch, gerade wenn du halt immer von Faschos irgendwie gejagt wirst, aufs Maul kriegst, hat man ja, glaube ich, im letzten Podcast vor zwei Jahren ausführlich auch thematisiert. Ja, ja, genau. Das war dann gar keine Frage mehr. Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch Glück, vielleicht wären wir auch Faschos geworden, wenn wir die andere, wenn dort ein paar Nazis Fußball gespielt hätten. Ich weiß es nicht. Aber ist es dann so, sag mal so, uns haben die Nazis... Oh, Tun sag was. Ja, aber Entschuldigung, jetzt bin ich ins Wort gefallen. Aber ich wollte in dem Punkt mal kurz einhaken. Bei uns im Dorf, also Oxfam kommt ja aus der nächstgrößeren Stadt. Ich komme eher so aus dem Dorf. Und die Faschos vor Ort und auch die, welche hätten werden sollen noch, die später welche geworden sind, die haben uns das relativ einfach gemacht, uns zu entscheiden. Die haben uns einfach nicht mitspielen lassen. Ja, das stimmt. Also habe ich mir dann Freunde wie Oxfam gesucht und der hat mich dann mitspielen lassen und dann war die Sache eigentlich schon geklärt. Das war total toll, weil gegen Siko habe ich im Fußball immer gewonnen. Also ich glaube, zu 90 Prozent der Fälle. Ja, zu 90 Prozent, genau, 10 Prozent möchte ich gerne noch sagen, dass ich die auch gewonnen habe. Wie auch immer, aber ich habe es geschafft. Da war ich nicht doch noch so, keine Ahnung. Aber Trun, du wolltest eine Frage stellen. Ja, genau darum ging es, ob das nicht vielleicht auch eher so dieses Umfeld ist, was einen in dem Alter da reinschubst. Also wenn ich bei mir selbst so dran denke, im Alter von 10, 11, 12, da war das Thema Politik jetzt nicht wirklich präsent. Ich weiß nicht, wie das bei dir war, Valentin. Also ich komme auch aus privilegierten Verhältnissen, bin jetzt nicht in Hamburg groß geworden und auch schon eher in der Stadt mit, ich glaube, 7000 Menschen inklusive Gemeinden, die da wohnen. Da gab es dann auch so zwei Dorffaschus und so ein Kram. Aber das war alles nicht so nah, glaube ich, wie bei euch. Ich kann mir dann vorstellen, dass das natürlich auch einen extrem großen Einfluss darauf hat, in dem jungen Alter dann schon sich so wirklich über dieses Thema politisch links, politisch rechts Gedanken zu machen. Das war bei mir definitiv nicht der Fall. Ja, da kann mir, Also ich kann mich an eine Situation erinnern, dass wir, also die Stadt, wo wir herkommen, da gibt es eine Brücke über dem Fluss und zu der Zeit gab es in der Nähe der Brücke halt so ein buntes Haus. Also haben dann die Punks dort einfach Konzerte veranstaltet und haben dort das Haus besetzt und das irgendwie, die Stadt hat es eine Weile toleriert, bis es dann andere Räumlichkeiten gab und da bin ich dann doch oft vorbeigefahren und manchmal waren dann eben Konzerte und die Punks saßen da auf dem Dach des Hauses und ich kann mich erinnern, dass ich damals mit meiner Cousine unterwegs war und sie fragte aus welcher Stimmung auch immer, was wärst du lieber, Skinhead oder Punk? Skinhead war für mich damals ein Synonym für Faschos und sie meinte, ja, keins von beiden und ich meinte so mit zehn oder elf, also wenn ich mich entscheiden müsste, dann Punk. Das ist so das Erste, wo ich für mich, glaube ich, schon irgendwie so eine Entscheidung getroffen habe. Ja, also ich wollte mal ganz kurz was sagen, tatsächlich tun, bei mir, meine Eltern waren extrem politisch oder sind, also meine Mutter ist immer noch sehr politisch, das heißt, ich bin da sehr und auch sehr linkspolitisch, ich bin sehr linkspolitisch aufgewachsen, ob man das immer gut war oder nicht, das kann man auch nochmal, gibt es auch durchaus fragwürdige Äußerungen meines Vaters, die, aber, und es ist vor allem das Entscheidende, ich habe, ich weiß nicht, neulich lief der Podcast von Dreck unterm Nägeln mit dem Sänger von One Step Ahead, kann ich sehr empfehlen, tolle Folge, der kommt da ja aus der Nähe von Chemnitz, aus Limburg an der Oberfronau oder so irgendwie. Ja, Limburg-Oberfronau, habe ich gehört tatsächlich, fand ich auch, fand ich ein super Podcast. Genau, und ich fand aber einfach, da ist mir einfach nochmal klar geworden, dieses ganze Thema Baseballschlägerjahre, das hat für mich einfach keine Rolle gespielt, ich habe Faschos nie in meiner Nähe gehabt, also, es gab es einfach nicht, also, klar, als ich dann später irgendwie St. Pauli-Fan war und es gegen den HSV ging, dann wurde es mal ein bisschen unangenehm, aber diese ganze Faschoszene, diese ganze Nazisszene, das hat für mich einfach null Rolle gespielt, das war nie da, das war nie da und hinzu kam, dass meine Eltern einfach auch, seit ich denken kann, mir immer klar eingetrichtert haben, so, wir sind links und das heißt, Faschos sind scheiße, so, ne, aber es gab halt keine Faschos und die paar Dorfdeppen, die ich da in meiner kurzen Dorfzeit hatte, die waren einfach hohl, aber die waren keine Faschos, also zumindest keine, also die waren schon rassistisch und so, aber die waren jetzt keine hochgezogenen Nazis, zumindest würde ich es nicht so bezeichnen, vielleicht das da mal dazu, deswegen finde ich das auch, ja, Entschuldigung. Ich glaube, ich glaube, das, was Thun da auch sagte, trifft auch, denke ich zu, wenn man jetzt so in ostdeutsche Kleinstädte halt schaut, wo es halt wirklich gar keine alternative Jugend mehr gibt, sondern halt die AfD und die Freien Sachsen irgendwie, die, ja, die Präsentesten sind überhaupt auch, was Politik angeht und wenn ich dann, vorhin habe ich erst wieder irgendeine Doku geschaut über irgendeinen AfD-Wahlkampf und dann siehst du halt in den Kleinstädten, da kommt die Jugend an, die sind 16, 17, 18 und die sind halt rechts und die kennen halt auch nichts anderes und das ist dann einfach die Sozialisation. Also dann auf den Trichter zu kommen in dem Alter, hey, ich finde das eigentlich scheiße und ich möchte was anderes und dafür kriegst du noch aufs Maul, ist, glaube ich, ganz, ganz schwierig. Da hatten wir zumindest die noch eine, ja, das Glück, dass es irgendwie, dass die beiden Pole, sowohl die Punk-Szene als auch die Fascho-Szene, dass die beide relativ groß waren und man sich entscheiden konnte. Okay. bei mir im Dorf gab es erstmal nur Fascho oder Hip-Hop und dann war irgendwie klar, okay, dann wird es halt Hip-Hop und, ja, und mit Oxon dann zusammen war dann irgendwie klar, dass wir da musikalisch eher so andocken zum Thema Punk und Deutsch-Punk und das war dann so unser Einstieg, auch gemeinsam zu überlegen, Musik zu machen und, ja, also ich, ich überlege gerade, ob es irgendwie auch mal eine bewusste Entscheidung gegen Nazis gab, wo ich noch gar nicht wusste, was das ist. Ich meine mich zu erinnern, dass ich schon früh irgendwie alles ablehnen wollte, was ich als männlich gelesen habe, also alles, was so Fußball war, ich habe zwar mit Oxon Fußball gespielt, aber so wirklich geguckt und wirklich gekonnt, habe ich es ja auch nicht. Ich habe es einfach nur gemacht, gefühlt. Ich habe es auch nicht gefühlt, aber ich habe zumindest eine gute Zeit mit Oxon verbracht, so auf der Wiese. Ich habe dann immer mich vorführen lassen, aber das war gar nicht so wichtig. Wichtig war, mit einem sehr guten Freund irgendwie Zeit zu verbringen und da irgendwie, ja, eine gemeinsame Zeit zu haben, wo man, wo man sich auch aufgehoben, gewertschätzt fühlt und vor allem auch, ja, akzeptiert. Das kenne ich auch in der Familie manchmal nicht so sehr, deswegen bin ich dabei bei Oxon einfach ziemlich gut aufgehoben gewesen, was immer noch so ist und ich meine, wir kennen uns jetzt fast 30 Jahre und haben in der fünften, Anfang sechsten gesagt, wir machen zusammen Musik und es läuft halt immer noch. Also insofern spricht diese Entscheidung, gemeinsam Musik zu machen, ja echt für sich und ja, also politisch aufgeladen war die Situation immer. Die Baseballschlägerjahre haben wir aus meiner Erinnerung heraus, haben wir so die letzten, die letzten Wellen so erlebt und die waren auch nicht wirklich hoch. Also wir haben zwar schon echt brenzlige Situationen erlebt, aber ich habe mich neulich mit dem Sänger von Leukämien unterhalten und der ist ja so knapp zehn Jahre älter als wir. Was der so erlebt hat, ja, das ist meilenweit von dem entfernt, die Geschichten, die wir oder die ich so zu erzählen habe. Da war Gewalt noch mehr an der Tagesordnung als das, was wir erlebt haben in unserer Jugend. Ja, das glaube ich gerne. Also das glaube ich gerne, dass das tatsächlich, glaube ich, auch eine Generationsgeschichte auch so ein bisschen noch, ne? Ja. Jetzt hast du ja eingangs schon sehr motiviert über das neue Album gesprochen, Siko, und ich finde es auch cool, weil darum wollen wir ja, das ist ja auch der Anlass, dass wir uns hier mal wieder in dieser Runde treffen. Genau, und ich fände es ganz spannend, erzähl doch mal ein bisschen, wie dieses Album entstanden ist, weil, und da würde ich dann im zweiten Schritt drauf kommen, würde ich auch nochmal ein bisschen meinen Eindruck vom Album schildern, aber ich würde mich jetzt mal interessieren, wie ist dieses Album entstanden? Du hast ja schon ein bisschen über die Produktion gesprochen, aber vielleicht auch nochmal einen Schritt vorher, wie kamen euch die Songs und du hast in einem Interview auch gesagt, oder da kam dieses Thema ja auch auf, soziale, das eigene soziale Aufwachsen, das eigene finanzielle Aufwachsen, inwiefern hat sich das vielleicht auch in den Texten wiedergeschlagen? Naja, das war so, dass wir sehr zufrieden waren mit der Produktion der ersten Platte, so was das Team betraf, was, was, ja, den Ablauf betraf, was das Studio betraf, da haben wir uns schnell entschieden, dass das gerne nochmal genauso passieren soll, das war relativ schnell klar, dann hatten wir eben noch ein paar Songs, die, die eben rumlagen, also wir hatten ja für die erste Platte, jetzt muss ich lügen, 40, 45 Songs, manche waren fertig ausgeschrieben, manche waren eigentlich fast schon fertig geschrieben, die waren als Demo eigentlich schon relativ, relativ vollständig und wurden fast so genommen, wie sie im Demo-Zustand waren, andere wiederum waren nur als, als Versatz da, so als Ideen, da hatten wir glaube ich so 40, 45 Songs und da haben wir natürlich nicht alle auf das erste Album packen können und von denen wiederum hatten wir dann auch wieder ein paar rübergenommen und dann nochmal neu diskutiert, beziehungsweise hatten wir dann die Zeit genutzt, dann nochmal über manche Songs wie Hangover Boy, der ja auch bei der ersten Platte schon da war, nochmal drüber zu gehen, nochmal zu reden, wo wir da hinwollen mit dem Song und ja, sodass wir auch wieder eine krasse Anzahl an Songs hatten und dann sind auch noch neue Songs geschrieben worden. Siko, ich muss dich an der Stelle ganz kurz unterbrechen, was habt ihr denn bitte für einen krassen Output? Also mal ganz ehrlich, also wie macht ihr das? Oxon guckt gerade mich an, das ist, also ich kann dir erzählen, was ich für ein Output habe, warum das so ist, beim Musizieren, ich liebe alles, jeden Bereich, außer Promo, ich mag auch Interviews geben, alles andere, was außerhalb der Musik ist, das ist manchmal ein bisschen schwierig für mich, aber so prinzipiell schreibe ich schon gern und viel und da gucke ich mir auch oft an, was Oxon so geschrieben hat und dann frage ich immer, du Oxon, darf ich hier weiterschreiben, kann ich den Song dir in einer anderen Version anbieten und dann nickt er meistens, weil er sagt, ja lass ihn halt machen, wenn ich jetzt Nein sage, mach das ja trotzdem und dann biete ich immer das an und meistens treffe ich dann auch seinen Geschmack, hoffe ich und zumindest sagt er es auch und ja, ich bin da so, ich bin da wirklich so, ja, ruhelos, ich mache das einfach, weil das wirklich auch so ein bisschen mein Kerngeschäft ist, so Texte zu schreiben, Musik zu überlegen, was mir auch sehr gut gefällt, ist die Idee, auch mit anderen Leuten zu schreiben, die mit dem Bandkosmos jetzt nicht so viel zu tun haben, um vielleicht auch Songs voranzubringen oder ich habe eine Idee, wie ein Song klingen soll, kann es aber allein nicht umsetzen, dafür ist dann zum Beispiel auch unser Produzent Sascha die hervorragende Wahl, weil er, weiß nicht wie er es macht, aber ich habe immer das Gefühl, der kann mir in den Kopf gucken und sagen, ja, so meintest du es doch und ich so, ja genau so, das war beispielsweise bei, wer hat damit angefangen so, ich habe dann eine Demo fertig gemacht und das hat, ist nicht das geworden, was es werden sollte, aber das war das, was ich machen konnte und das habe ich dann Sascha vorgespielt und Sascha hat dann nochmal gesagt, wohin ich eigentlich wollte und dann fängt er an so in einer halben Stunde was zusammenzubauen und dann hat man schon die Grundlage für den Song, der jetzt fertig ist und so wie er jetzt eben zu hören ist, so ein bisschen Seed-lastig, würde ich sagen und das hat mir sehr gut gefallen und deswegen ja auch wieder Sascha, weil Sascha einfach weiß, was wir wollen. Okay, spannend und man merkt auch einfach, also du hast ja eingangs erwähnt, dass so Hip-Hop ja auch irgendwie zumindest mal eine Rolle gespielt hat, du hast da ja auch null Berührungsängste, mit Genre-Wechseln. Genau und ich bin auch sehr dankbar, dass Oxen mich da machen lässt und aber auch mit dem Wissen, dass irgendwas rauscht hier massiv, aber auch mit dem Wissen, dass er dann auf alle Fälle auch sein Veto einlegt, wenn er komplett dagegen ist, also da vertraue ich ihm so sehr, dass er sagt, okay, das will ich nicht und das ist auch das, warum es funktioniert, er lässt mich so ein Stück weit machen, lässt mich so ein bisschen von der Kette und ich kann den Freiraum nutzen, weil ich weiß, wir haben so viel Vertrauen zueinander, dass er mir dann auch irgendwann sagt, ja jetzt, äh, Siko, jetzt ist aber gut. Aber wenn ihr da so krass eingespielt seid, ähm, jetzt mal eine ganz bescheuerte Frage, reicht da nicht ein Drum-Computer? Also, hab ich auch letztens überlegt. Also auch musikalisch ist es ja jetzt auch gar nicht so abwegig, weil ihr auch einfach so viel Elektro-Krams wieder dabei habt oder so viel andere Beat-Sachen und wenn ihr jetzt schon sagt, dass es, dass es, ähm, eure Art zu arbeiten ja auch eine ganz spezielle ist, weil die ja auch darauf basiert, dass ihr euch schon einfach so lange kennt und euch so krass gegenseitig vertraut, ähm, dann ist es ja wahrscheinlich nicht nur schwierig, für eine andere Person in die Band reinzukommen und sich da zu finden, sondern für euch ja auch dann irgendwie so viel abzugeben und euch so zu eröffnen, dass dann eine andere Person was mitschreiben kann. Oder ist das dann für euch gar nicht so das Problem, jemand anders damit rumfuschen zu lassen? Also, äh, also Nix konnte auf alle Fälle mitschreiben, also Nix durfte auf alle Fälle mitschreiben, also der hat jetzt bei der, bei der aktuellen Platte halt bei vier Songs mitgewirkt, also ich glaube, da wurde genug Raum gegeben, den er dann aber am Ende für sich gar nicht mehr so wirklich in Anspruch nehmen wollte. Mein Eindruck, ich will ihm da jetzt auch kein Unrecht tun, aber das ist das, was ich meinte, er hat sich dann mehr und mehr zurückgenommen. Warum genau, das, äh, ist mir noch nicht ganz klar, aber, ähm, darum sollte es jetzt auch nicht gehen. Also, ich denke, dass Oxon und ich schon auch Menschen sind, die, die, wenn da jemand ist, der auch wirklich Bock hat, dann auch Raum lässt und auch ein, also auch zugesteht so. Aber da muss halt auch wirklich dann was kommen. Und das kam bei Nix und da will ich mir auch gar nichts Böses, aber das war dann am Ende so, dass da wirklich nicht mehr viel kam. Da musste man schon auch wirklich nach einer Antwort bitten. Und das war dann irgendwann auch so ein, so ein Momentum, wo ich dachte, okay, was möchtest du eigentlich noch von der Band? Also, menschlich hat das alles gut funktioniert, aber die Frage, für uns hat sich dann schon gestellt, okay, äh, was bist du überhaupt noch bereit zu geben? Und das mit dem Tram-Computer ist eine Überlegung, die ich auch schon hatte. Ich fühle mich aber mit Schlagzeuger auf der Bühne halt echt unfassbar wohl, weil dann natürlich noch mehr Druck entsteht, als wenn bloß der Tram-Computer spielt. Und, äh, ich auch gern mit dem Trammer interagiere, aber auch das ist natürlich eine Idee zu sagen, okay, wenn gar nichts geht, dann machen wir es halt so. Aber da sträube ich mich noch, wahrscheinlich aus Gründen der Gewöhnung. Gut, also es ist halt live, live soll es halt auch ballern, ne? Und das ist schon was anderes, wenn da ein Schlagzeug da ist, was dir in die Fresse haut, als, ähm, wenn da ein Tram-Computer kommt und, ähm, es sind ja doch immer noch Konzerte dabei, wo die Soundanlage nicht so gut ist, äh, wo das ganze elektronische Zeug schon minimierter stattfindet, wo wir nicht hybrid spielen können mit, äh, Schlagzeug und, äh, Geballer. Ich weiß nicht, ob sich das irgendwann mal in Zukunft ändert, äh, von daher weiß ich nicht, ob das für uns wirklich eine Option ist. Und ich bin auch gern einfach mit Menschen dann unterwegs, also, weiß ich, es ist auch, äh, habt ihr ja sicherlich alle mitbekommen, ein guter Freund gestorben, ähm, der uns als Band eng begleitet hat. Es war sowieso eine Platte, wo unglaublich viele Menschen gestorben sind im privaten Bereich, als auch Leute, die mittel oder unmittelbar, äh, mit dem Produktionsprozess zu tun hatten. Und ich finde es einfach toll, wenn, wenn, wenn Menschen mitkommen. Wenn wir jetzt keinen Schlagzeug mal hätten, dann ist wieder eine Person weniger, die mitkommt, so. Und irgendwann sind wir zu zweit unterwegs und ich weiß nicht, das ist, muss jetzt nicht sein. Okay. Also da stimmt es dir mir zu, Siko, oder? Also ich meine, dann irgendwann nimmt man sich halt auch einfach auf den Sack. Fragezeichen? Wie ich es auch schon sagte. Nee, nee, gar nicht. Also, ähm, also du gehst, also man geht sich ja unweigerlich, egal mit wem man unterwegs ist, irgendwann auf den Sack, wo man zu viel Zeit miteinander verbringt. Das ist de facto so. Und, ähm, wie es Oxon schon mit den Toten Hosen gemeint hat, wenn da irgendwie noch eine fünfte Person, eine sechste Person, eine siebte Person mit am Start ist, dann hat man auch so ein bisschen Auswahl. Also wenn mich zum Beispiel Oxon anfurzt, weil ich ihn schon wieder irgendwie zu früh geweckt habe, zu spät geweckt habe oder überhaupt geweckt habe, dann ist es natürlich gut, ihm irgendwie ausweichen zu können und trotzdem noch sozial in Interaktion treten zu können. Deswegen ist so ein Team schon ganz cool. und wir hatten mit Carsten, der gestorben ist, auf alle Fälle jemanden, der richtig gebrannt hat für die Band, uns da wirklich in vielen Dingen unterstützt hat, uns da auch tatsächlich sehr, sehr, wie soll ich sagen, getriezt ist das falsche Wort, aber das soll da hin, also er hat zumindest motiviert, motiviert, dann einfach Dinge zu machen, Posts zu machen, zum Beispiel, was unsere Jahresabschlussreihe, die jetzt eine Reihe geworden ist mit diesem Jahr, angeht, dass er war der Initiator, er hat gesagt, ihr müsst unbedingt in Leipzig spielen, der hat sich Dinge vorstellen können, wo Oxon und ich gesagt haben, so weit sind wir noch nicht und er meinte, oh doch und dann war letztes Jahr die Show eben ausverkauft, weil er daran geglaubt hat und wir halt nicht und weil er daran geglaubt hat und da wirklich Druck gemacht hat, mich immer wieder daran erinnert hat, hast du da schon einen Post gemacht, hast du da schon einen Post gemacht, bitte mach mal einen Post, hier bitte, du musst auch keinen Text schreiben, dann hab ich schon für dich fertig, bitte. So, und das hat er gemacht, ohne wirklich zu nerven, sondern einfach nur, ach ja stimmt, danke dir Carsten, der hatte so eine liebenswerte Art, der war auch immer so kindlich aufgeregt so, also so sympathisch, grundehrlich, ja rein aufgeregt einfach und das war schön, das zu sehen und auch schön zu sehen, dass jemand, der gar nicht so wirklich in der Band mitspielt, die Band aber trotzdem genauso feiert und voranbringen möchte, wie das Oxon und ich wollen und dass er jetzt nicht mehr da ist, weg ist, das ist schon, ja frustrierend ist das falsche Wort, also erstmal tief traurig, ich hab jetzt mit seiner Familie viel zu tun, ähm, weil ich irgendwie, a, die alle mag und b, ich das Gefühl hab, ich möchte posthum irgendwie noch ein guter Freund sein, ähm, dass dann zu sehen, wie sehr die leiden und, äh, wie viel Trauer da im Spiel ist und dann die eigene Trauer noch zu erleben, ähm, das ist auf alle Fälle hart, deswegen gibt's jetzt einfach auch so eine Phase wie jetzt, wo wir, äh, in den sozialen Medien weniger stattfinden, einfach weil gerade nicht so viel Raum ist und sich das jetzt auch gar nicht so wichtig anfühlt, weil andere Dinge jetzt durch den Tod von Carsten in den Fokus geraten sind. Hm. Ich hab gerade, äh, die aktuelle Plastikbomb kam irgendwie vor zwei Tagen, glaube ich, vor drei Tagen und da ist ja auch der, der Nachruf drin, den du, äh, auf Carsten geschrieben hast, äh, den ich auch sehr berührend finde. Ja. Na, Ronja hatte nett gefragt, ob wir uns das vorstellen können und dann haben wir ein bisschen hin und her überlegt, ob wir, ob wir das machen wollen, ob wir die richtigen Worte finden, ähm, dann war Oxson schnell klar, dass er das nicht so wirklich gut hinkriegt, dann hab ich überlegt, ob ich das kann, hab dann angefangen zu schreiben und dann ging's irgendwie und, äh, irgendwie war's dann mir dann doch am Ende ein Anliegen, nochmal so ein kleines Denkmal zu setzen, nochmal zu sagen, was er uns wert war, welche Lücke er hinterlassen hat, nicht nur bei uns, sondern eben in ganz Leipzig gefühlt und ich glaube, das hat er nicht auf dem Zettel gehabt, wie viele Menschen sein Fehlen tatsächlich wahrnehmen und auch wirklich traurig macht. Naja, klar, also, in Anbetracht der Situation war das ja auch wahrscheinlich nicht so möglich, äh, das vorher zu wissen, aber, ähm, umso schöner ja auch, dass, äh, das so, also es ist ja nicht nur ihr, es sind ja sehr, sehr viele Bands, Menschen, die aus diesem Subkulturkosmos sich, äh, vor Carsten irgendwie, ähm, ich sag mal, äh, verneigt haben, jetzt nochmal, ne, im Nachhinein. Ja, es gibt so, es gibt so viele Bands, die sich dann irgendwie gemeldet haben, äh, wo ich weiß, Carsten würde sich freuen, also zum Beispiel Chris von Kotzreis hat mich darauf angesprochen, hat mir nochmal sein Mitgefühl ausgesprochen, dann auch Axel von Wieso hat sofort gewusst, dass das der Typ sein muss, der da im Graben stand und Fotos gemacht hat in Leipzig beim Konzert, also er war ja auch jemand, der aufgefallen ist optisch und allein die Bands oder auch, auch Leukämie, die jetzt ihn bei der, bei der 30 Jahre, äh, bei der, äh, beim 30 Jahre Leukämie-Konzerten, da, bei dem, bei dem Lied, wo er auch im Video zu sehen war, dann zweimal auch nochmal gegrüßt haben und ihn nochmal, an ihn nochmal gedacht haben, ähm, das, das hätte ihn, glaube ich, echt unfassbar gefreut, äh, oder er hat es auch gar nicht gecheckt, dass da wirklich so viele Menschen Anteil nehmen können und vor allem auch Menschen, die ihn als Jugendlichen geprägt haben. Mhm, okay. Ähm, ich, es ist jetzt ein bisschen ein schlechter Übergang, aber wir haben ein Thema, also ich wollte einfach, sorry, aber ich, ich springe jetzt einfach mal zurück. Genau, äh, Oxxon und zwar, äh, Siko hat jetzt relativ viel von seiner Sicht auf die Albumproduktion des neuen Albums gemacht, ähm, mich würde einfach nochmal an der Stelle deine Meinung und auch deine, ja, wie war das für dich, so, ähm, auch nochmal erzählen. Also das erste Album war auf jeden Fall auch nochmal ein persönlicher Lernprozess, auch so innerhalb dieser, dieser Beziehung, die man, die man zueinander hat, zumindest für mich. Wir haben beim ersten Album über wirklich jedes shit-fucking-Detail gestritten und das bis ins hundertprozentigste ausdiskutiert und das war unklar, also für mich persönlich unglaublich nervig, stressig und ich hab immer wieder mal den Gedanken gehabt, ich weiß gar nicht, Siko, du weißt das glaube ich gar nicht, ich hab immer wieder mal den Gedanken gehabt, ey, wie lange geht das mit dieser Band und manchmal hab ich dann einfach keinen Bock mehr gehabt und, ähm, dieser Erfahrungswert hat's für das zweite Album, zumindest für mich, aber ich glaube auch für die gesamte Band, wesentlich einfacher gemacht, dass man einfach wusste, okay, das ist jetzt sein Kompetenzbereich, wenn ich mich jetzt nicht daran irgendwie ganz doll krass störe, dann komm, lass den anderen machen, sowohl den Produzenten als auch die Grafikerin, die hat, beim ersten Album haben wir unfassbar viel diskutiert über, über Logos, über, äh, Artwork, jetzt beim zweiten Album, da kam halt einfach das Cover und ich dachte, ja, passt, und, ähm, dann winkt man so Sachen einfach auch durch und das macht's Leben tatsächlich wesentlich einfacher, das war so ein Erfahrungswert für das zweite Album. Wir haben auch gar nicht über die Songs diskutiert, Siko hat dann einfach irgendwann, weil, äh, Nix und ich uns nicht gemeldet hatten, im Sinne von, welche Songs kommen aufs Album drauf, hat er das halt einfach entschieden und mich hat's jetzt nicht so unfassbar gestört, dass ich gesagt hab, nö, na, dann ist das halt eben so, ja. Retrospektiv denke ich jetzt beim aktuellen Album, der Song und der Song, ich hab so zwei Songs, wo ich sage, müssen die drauf, aber, hey, die sind drauf und alles ist gut und, ähm, bricht mir jetzt keinen Zacken aus der Krone, so, und, äh, das ist so der Erfahrungswert aus dem ersten Album für das zweite Album. Okay. Genau, aber das war auch nie so, dass ich mich jetzt über, das will ich an der Stelle gerne auch mal sagen, äh, mich erhoben hätte, sondern ich hab immer gesagt, hier, äh, wir haben jetzt... Du stellst Sachen zur Diskussion. Genau, ich hab dann, wie gesagt, jetzt ist Anfang April bis Ende Juni, Mitte Juli sollten wir auf alle Fälle eine Entscheidung getroffen haben, und dann hab ich zwei, dreimal erinnert, zwei, dreimal kam halt nix und dann dachte ich, okay, äh, wenn da nix kommt, wenn der Freiraum mir gegeben wird, dann nutze ich den halt und ich glaube auch, so prinzipiell ist das jetzt, auch für, für Oxfam und für mich eine gute Strategie. Oxfam weiß, ich muss mich irgendwie bewegen, dann lässt er mich bewegen und wenn er merkt, das ist mir jetzt wichtig, dann, dann hakt er halt ein und das meinte ich vorhin mit dem Vertrauensvorschuss. Also, ich weiß, dass Oxfam auf alle Fälle sagen wird, warte mal, das geht mir jetzt eine Spur zu weit und Oxfam weiß eben, dass meine Untriebigkeit auch dazu führt, dass Dinge angestoßen werden und ich glaube, da haben wir, wie es Oxfam jetzt auch sagte, einfach, ähm, so unsere Kompetenzbereiche, unsere, ja, unser Ressort einfach erkannt für die Band und ich glaube, das ist tatsächlich im kreativen Prozess aktuell ganz gut, das kann sich auch wieder ändern, kann auch mal sein, dass Oxfam und ich uns wieder im Proberaum treffen und wirklich gemeinsam an Songs schreiben, das passiert aktuell ja weniger, weil wir beruflich und privat da manchmal auch gar nicht zusammenkommen und froh sind, wenn wir überhaupt irgendwie in den Proberaum kommen und das Live-Set proben können, deswegen entsteht viel am Rechner und auch jetzt ist es so, dass sich für die nächste Platte der Prozess sich ein bisschen verändert hat, nämlich so, dass wir jetzt mit Sascha, mit unserem Produzenten halt Dinge ausproduzieren, was auszuproduzieren ist oder vorproduzieren, bevor wir ins Studio gehen, damit wir im Studio wirklich die Zeit effizient nutzen und nicht Sachen besprechen und somit Studio-Zeit vergeuden und dann das viele Geld und schnarche nicht so rum, das ist ein Interview, natürlich muss ich Antworten geben. Ich bin kurz weggelegt bei deinem Vortrag, vielen Dank für deinen wirklich kurz Powerpoint-Präsentation, die war sehr bunt. Das war kein Powerpoint. Nein, das hast du ganz toll gemacht. Ja, das sehe ich hier. Und da, also als Siko gerade erzählt hat, da fiel mir jetzt nochmal auf, ich hatte ja ein bisschen Zeit zu überlegen, was du vorhin sagtest, dass doch eine dritte Person da halt auch wichtig ist, weil nix hat im Produktionsprozess für das aktuelle Album halt schon bei manchen Songs, die glaube ich, also die von mir kamen, die vielleicht bei Siko durchgefallen wären, hat er schon doch manchmal auf die Tube drückt, hey komm, das ist ein geiler Song, lass uns irgendwie an dem arbeiten. Also ich glaube, wenn wir nur rein zu zweit wären, da fehlt was. Also jemand, der halt auch mal Sachen einfach lenken kann und einfach sowohl bei mir als auch bei Siko in Umdenken ansetzen kann. Genau, und da ist Sascha jetzt wieder in der Vorproduktion gefragt. Also deswegen machen wir jetzt auch Vorproduktion, nicht nur um Zeit zu sparen im Studio, sondern vielleicht auch gewisse Dinge, die ich mir in den Kopf gesetzt habe, wo Oxen dann auch sagt, dass wir dann einen dritten haben, der sagt, ja, Siko, das ist wirklich eine scheiß Idee. Und ich so, na okay, dann halt nicht. So, es braucht irgendwie einen dritten, gerade wenn Oxen und ich so ein bisschen festfahren, ist es immer ganz gut, noch eine dritte Meinung zu haben und deswegen spielt Sascha nochmal eine neue, eine neu sortierte Rolle in dem Prozess. Aber lass uns mal Butter bei die Fische machen. Also ich finde es ganz spannend, ihr habt 15 Songs, 37 Minuten, drei Features. Das sind mal so ein bisschen die Zahlen, die ich mir da raus, also wieder da vier Features. Ja. Bluthund, Supernix, Slash Detlef, aber das ist doch eigentlich dasselbe. Ach, Montreal. Ach ja, und Montreal. Und Montreal. Genau. Die Frage bei Jit und Day, ob das noch ein Feature ist. Supernix und Detlef ist ja dasselbe. Bei Jit und Day, ob das noch ein Feature ist. Nicht. Oder ob das jetzt schon fest dazugehört, dass sie da. Also es besteht zumindest, es besteht zumindest so ganz lose die Idee, sie am dritten, einfach wieder zu fragen, sodass sie dann der Running Gag ist. Aber das wird sich zeigen. Aber zumindest hat sie mal wieder bewiesen, dass sie Songs von uns veredelt. Okay. Aber mal grundsätzlich, also einfach erst mal vielleicht, also 15 Songs, es ist ja echt eine Ansage. Jetzt sind ja Platten, gerade auch so Punkplatten, tendenziell ja irgendwie so zwischen, ich sag mal, 10 und 11, 12 Songs. Oxon, da würde mich interessieren, du hast gesagt, zwei Songs müssen die unbedingt aufs Album. Welche beiden waren denn das? Nein. Nein, da kriegst du mich nicht rein. Das werde ich nicht sagen. Das wäre ich vielleicht, Tico mal im Vertrauen sagen, aber selbst das muss nicht unbedingt sein. Also ich konnte ja jetzt anderthalb, zwei Jahre meine Schnauze halten. Er wird mich aber hinterher tätowieren. Welche Songs waren das? Welche Songs waren das? Okay. Nein, das werde ich hier nicht, das werde ich hier nicht kundtun. Okay, dann frage ich mal andersrum. Was ist dein persönliches Highlight, Oxon, auf dieser Platte? Boah. Oh Gott. Die Frage war so, die hättest du dir auch wirklich vor. Vor allem habe ich jetzt auch mit einer eindeutigen Antwort. Du hast 30 Seiten Vorbereitung von mir erhalten im Vorfeld, die du durcharbeiten solltest. Und jetzt kannst du keine Antwort darauf geben. Die hat mein Hund gefressen, die Vorbereitung. Du hast doch gar keinen. Die letzte Review oder Rezession über ein Live-Konzert von uns im Bierschinken war jetzt auch nicht so toll. Also ich bin halt auch ein bisschen angepisst, diesen ganzen Bierschinken-Kosmos. Ähm, boah, welcher Song? War das für's? Ich überlege gerade auch, welche Songs da überhaupt drauf sind auf dem Album. Na, unter anderem ist da... Für mich ist das Album halt auch abgeschlossen. Also das ist jetzt halt durch. Wir haben das veröffentlicht. Die ganze Promophase ist durch. Es wurden Platten verschickt. Für mich ist das Thema durch. Ich beschäftige mich damit gar nicht mehr so. Aber ihr habt es doch noch gar nicht richtig live gespielt, oder? Das neue Album? Doch. So Release-Party und eine Woche später auf einem Festival. Okay. Aber dieses Album an sich ist ja abgeschlossen. Die Songs sind jetzt halt im Kanon drinne vom Live-Set. Aber that's it. Okay. Für mich zumindest. Okay, aber mich würde schon mal interessieren. Also, ähm, weil als ich euch gesehen habe, ich habe euch ja sozusagen ein bisschen inoffiziell im März war das, glaube ich, gesehen. Nee, im April. Im April war das, ne? In Berlin. Nee, März. 23.03. Bei Böngs 60. Geburtstag. Genau, bei Böngs 60. Geburtstag. Ihr habt ja extra noch ein Ständchen eingeprobt. Da habt ihr ja keine Sachen von der neuen Platte gespielt. Doch. Was? Ja, also zum Beispiel Oversize-Pullover und Wahre Gesellschaft 95 und Hangover Boy sind schon echt ewig lang im Set. Ernsthaft? Aber ich habe dich doch sogar noch gefragt, ob ihr neue Sachen spielt und du meintest, nee, da sind wir noch nicht. Die hatten wir doch tatsächlich schon, wo du letztes Jahr in Berlin da warst im Set oder auch wo Thrun da war in Kiel, oder? Oha. Nee, okay. Da bin ich mir auch unwissert. Aber wir haben zumindest die Rocknummern schon immer gespielt, weil wir ja mit der ersten Platte ja gar keine Stunde füllen konnten. So, wir haben ja eine Stunde gespielt, falls du dich erinnern kannst. Und wir haben nicht nur geredet und die Zeit damit gefüllt, sondern wir haben schon auch geguckt, dass wir dann die Sachen vollkriegen. Dann haben wir noch einen Cover und das war's dann. Also ein Songcover und das war's dann auch. Und wir haben vier Songs gespielt. Ja, bisher. Also seitdem die Platte aufgenommen ist, haben wir die vier auch immer gespielt. Genau. Aber ihr habt jetzt keine von den Videoveröffentlichungen. Ja, von den Singles sozusagen. Das ist was anderes. Mittlerweile machen wir das aber. Okay. Das hatte halt tatsächlich den Grund, wir hatten halt einen Live-Schlagzeuger für den Zeitpunkt und wo du uns auch gesehen hast, Anfang dieses Jahres und ja, der war halt einfach nicht so weit mit den Songs, dass wir die hätten live abfeuern können. Okay. Und wer hat jetzt dann aber bei der Release-Party Schlagzeug gespielt? Da hat nix Schlagzeug gespielt. Und auf dem Festival auch? Es waren turbulente Zeiten. Also Olex, das war der, der zeitweise mit dabei war, um zu gucken, ob es funktioniert. Der hat vier Konzerte gespielt. Dann haben wir festgestellt, so wirklich zu dritt, das funktioniert so nicht. haben wir uns gegenseitig bedankt und gefreut, dass wir es wenigstens versucht haben. Und dann war die Frage, okay, nix, kannst du die beiden Konzerte jetzt noch spielen, ja oder nein? Er hat dann ja gesagt und dann haben wir die gespielt und danach war, ja, da war ein bisschen Pause und wir wollten eigentlich noch ein Gespräch führen und das hat dann letzten Endes dann dazu geführt, dass wir dann gesagt haben, gut, wir müssen komplett auf neue Suche gehen. Aber ja, in Berlin hat Olex gespielt. Also unser Landschlag. Weiß ich, genau, das weiß ich noch, genau. Nee, ich hab mich noch interessiert und das heißt aber jetzt in diesen beiden Konzerten, die ihr sozusagen dann nachgespielt habt, ihr die neuen Sachen auch gespielt. Und da, und jetzt komm ich mal zu meiner Frage, nämlich, wie funktionieren die denn live für euch? Wenn man, ich finde ja sowas, die sind ja teilweise, also gerade, du hast das schon, das erwähnt hier, jetzt muss ich, ich bin mit den, ach man, wie, ach man, wer hat damit angefangen? Ja, also das ist ja schon, du hast es selber gesagt, das ist ja vom Groove echt anders. Es ist, also ich finde das Video, ich feiere das Video so mega ab. Ich finde überhaupt, eure Videos haben nochmal einen Quantensprung gemacht, jetzt auch mit der neuen Platte. Ihr habt ja schon vorher geile Videos gemacht, aber die sind ja nochmal cooler geworden. Aber, wie funktioniert denn so ein Song mit so einem Groove live dann? Den flieber live nicht. Ach so. Du hast es jetzt ewig ausgeholt und ich dachte, geil, da gibt es nur seine Antwort und ah, ich kann dir mal sagen, welche, welche Singles wir gespielt haben und zwar haben wir gespielt Todesstrafe für alle. Da haben wir einfach dann das Playback ablaufen lassen, weil wir am Black Label festgestellt haben, wenn ich jetzt Gitarre drüber knarze, dann, dann wird alles verdeckt, dann haben wir gar nichts mehr von dem Playback und beim Black Label war es auch so, dass wir gesagt haben, bitte dreht euch alle um und guckt auf die gegenüberliegende Wand. Blöderweise haben das auch alle gemacht und durchgehalten bis zum Ende des Liedes. Das war so geil. Wir haben nicht so wirklich mitbekommen, wie es ihnen gefällt, aber zumindest haben wir festgestellt, wir haben ein Publikum, was auf unsere Ansagen, wie soll ich sagen, also wir machen wohl offensichtlich einen sehr, sehr autoritären Eindruck und dann haben wir wirklich, die haben sich noch nicht mal wirklich mal so zeitweise umgedreht, ich glaube, einer hat es probiert und durch den Gruppenzwang hat er sich dann doch nicht getraut, weil alle anderen halt so gestehen geblieben sind und das war echt witzig und beim Rock am Kuhteich kam das, glaube ich, ziemlich gut an. Also das war so mein Eindruck. Wir haben am Donnerstag gespielt, das muss man dazu sagen, da gab es noch nicht so, da war noch nicht ein komplettes Publikum da, sondern die, die sich das leisten konnten, am Donnerstag schon da zu sein und ich glaube, dafür, dass wir 19 Uhr begonnen haben, war die Stimmung laut Aussage des Festivals überraschend doll und gut. Also ich habe mal auf dem Sammestag auf dem Rock am Kuhteich gespielt und da konnten, glaube ich, die ganzen Eropunks mit uns überhaupt nichts anfangen, so nachmittags um vier. Da waren die einfach vielleicht auch noch nicht betrunken genug, aber sehr schön. Wie gesagt, wir haben 19 Uhr gespielt, da war auch noch keiner so wirklich betrunken. Aber immerhin waren sie schon in Sauflaune dann vielleicht und nicht verkatert. Genau. Aber das war, da rufst du gerade was bei mir hervor, bei dem Konzert, da gab es irgendwie so zwei, drei Leute im Publikum, weiblich gelesen, die mir irgendwie versucht haben, die Klamotten zu klauen und mich die ganze Zeit beim Konzert genervt haben und irgendwie nichts versucht haben, die Maske zu klauen während des Live-Auftritts. Die haben mir nach dem Konzert eine Kette vom Hals gerubbt. Boah, da muss ich gerade daran denken, das ist von dem Konzert hängen geblieben, ist ja furchtbar. Und nicht mal, wie haben die neuen Songs funktioniert. Die haben anscheinend so gut funktioniert, dass man mir Zeug klauen wollte von der Bühne. Okay. Ja, aber nur dir. Mich haben sie in Ruhe gelassen. Und nix. Ach ja, mich haben sie in Ruhe gelassen. Du hast das gerade schon erwähnt, du hast das ja gerade erwähnt, du wirkst so autoritär auf die Leute, das kommt auch irgendwie an in diesen Zeiten, ist auch ein Wob. An dich traut sich keiner ran. Nicht mal ich, nicht mal ich. Ich wollte gerade sagen, deswegen hast du auch nicht gesagt, die Lieder kommen nicht drauf, sondern, ah, die könnten Siko wichtig sein und bevor man in die Fresse haut, kommen die aufs Album. Also, meine Theorie wäre jetzt ja gewesen, dass einfach sie die Stimme hören und sofort denken, oh Gott, Farin Urlaub steht da auf der Bühne, da trauen wir. Dann schnappen wir uns lieber auf Gott. Oder Bela. Das ist aber auch eine Art, man macht Missbrauch, ne? Ja, stimmt. Aber das Witzige ist, Oxen hat irgendwann bei Facebook mal so eine Gruppe ausfindig gemacht, die sich mit den Ärzten beschäftigen und dann waren auch zeitweise Soko Links im Gespräch und es gab wohl einen enttäuschten Fan, der irgendwo, ich glaube in Wiesbaden war das, dann feststellen musste, dass wir eben nicht, jetzt sage ich es, die Ärzte sind und uns dann auch sah, ohne Maske und die war laut Host, laut Kommentar auch richtig enttäuscht. Die hat sich dann wirklich unsere Texte zu Gemüte gezogen und die auswendig gelernt. Ich zitiere, ich zitiere, ich zitiere, ich habe sogar die Texte auswendig gelernt. So richtig, also ich meine, man liest ja so Facebook-Kommentare und da hat man die Enttäuschung richtig gelesen, auch ohne irgendwie Smiley und das war schon, das war schon echt toll. Und dann traf ich sie am Mördstand und sie sprachen auch noch mit sechsischen Akzent. Ja, Geil. Na, bekommst du ja, bekommst du ja, ach schön, das ist aber schön. Wir sind die von der, wir sind von Zirko-Links. Ich fand, also jetzt habt ihr ja auch schon im Januar 2023 im Schokoladen viel, sage ich mal, Show gehört ja dazu zu einem Zirko-Links-Konzert. Jetzt bei Börngs Geburtstag, beim 65. Mal von Börngs habt ihr das ja noch mal ein bisschen ausgebaut. Wie wichtig ist euch, oder andersrum, stellt ihr euch bei manchen Songs schon in der Mache vor, okay und dann machen wir das und dann machen wir das oder ist das wirklich so, also wie kommt ihr so auf die Ideen, wie fängt das so zusammen? Also beim Songschreiben definitiv nicht, da stelle ich mir nicht vor, ich weiß ja gar nicht, ob der überhaupt von Zirko angenommen wird, der Song, ob der aufs Album kommt, ob man den je live spielt. Also ich schreibe erst mal das Lied und dann guckt man erst mal weiter. Und live, keine Ahnung, also wir haben auch bei Börngs seinem Geburtstag nicht alles abgefeuert. Ich hatte noch ein paar andere Specials vorbereitet, die ich einfach auf der Bühne vergessen habe. Ich habe mir da Zeugs zurechtgelegt, das habe ich einfach vergessen, irgendwie abzufeuern. Und ja, sowas baut sich ja nach und nach auf. Wo wir angefangen haben mit den ersten Live-Konzerten, war die Show bei Weiben noch nicht so cool. Also jetzt einfach aus subjektiver Sicht, persönlicher Sicht, nicht so cool, wie es heute ist. Das sind immer so Elemente, die sieht man auch mal bei anderen oder ich gehe halt durch den einen Euro-Shop und sehe irgendwas Dämliches und sage, das könntest du ja mal live ausprobieren. So, das baut sich so Stück für Stück auf. Okay. Ich möchte an der Stelle auch sagen, dass das in dem Fall dann auch Oxons Ressort ist. Also der macht dann viel, zum Beispiel auch die Senfflaschen waren alles seine Ideen. Und das Witzige ist, so ähnlich wie es bei mir dann ist, mit der Songauswahl fürs Album, zumindest beim letzten Album, war es dann so, dass dann Oxon irgendwie mit den Sachen ankommt und er weiß, na, solange es kein Veto gibt, ist er einverstanden. Also ich habe auch nie zugestimmt und so funktioniert es manchmal auch ganz gut. Wenn es kein Veto gibt, ist es dann doch eine Zustimmung ohne Worte. Wir hatten es in der technischen Störungspause ganz kurz. Oxon, du hast ja noch eine andere Band, bei der du gelegentlich mitspielst. Das ist ja ein ganz anderes Programm. Ist das so ein bisschen, also was ich spannend finde, weil es ist ja relativ untypisch für eine linke Punkband, die ihr ja irgendwie doch auch seid, so eine Entertainment-Show mit reinzumachen. Gab es irgendwann mal den Zeitpunkt in deiner musikalischen Vergangenheit, wo du dachtest, ich will aber mal wie so ein Cheerleader über die Bühne dancen, wie so eine Cheerleaderin? Oder gab es irgendwann mal die Zeit, ich will einfach diesen ganzen Scheiß wieder ernst nicht so haben? Valentin, das stellt so eine Frage, deren Antwort ich gar nicht kenne. Jetzt bin ich selber gespannt. Also in der anderen, oh, das wird eine lange Antwort. Siko, du kannst dich schlafen legen. In der anderen Band, in der ich spiele, mittlerweile sind das ja nur noch so, mittlerweile sind das ja nur noch so zwei, drei Auftritte im Jahr. Und diese Band hat tatsächlich doch sehr viel Elemente in ihrem Set drin, wo ganz viel Quatsch tatsächlich gemacht wird. Und ich fand das früher immer nervig. Und ich fand das eigentlich scheiße. Ich hab mich da irgendwie als Musiker gesehen und dachte, jetzt hört doch mal auf mit eurem Theaterquatsch hier. Und letztens haben wir dann live gespielt, eines der ganz wenigen Konzerte. Und da war ein befreundeter Musiker dabei. Grüße an Basti von Piefke und den anderen Bands, wo der spielt. Und der sagte, hey, das war doch eigentlich die erste Band, die das überhaupt so gemacht hat im deutschen Punk-Bereich. Ich glaube zwar nicht, dass das so ist, aber es gibt zwischen diesen beiden Bands, zumindest von den Live-Elementen, von diesem ganzen humoristischen Theaterquatsch, gibt's doch etliche Parallelen. Und dieses mit, was du gerade als Beispiel erwähnt hast, mit Pompons über die Bühne wandern, ist auch aus der Not herausgeboren, weil bei Soko Links das erste Mal der Moment war, dass es Songs gab, wo man kein Instrument in der Hand hat und ich mich halt irgendwie nackt fühlte und diese Nacktheit irgendwie füllen wollte. Also ich weiß, eines unserer allerersten Konzerte, da bin ich dann halt einfach von der Bühne runtergestiegen und ins Publikum rein, weil ich mir einfach nackt fühlte und mir langweilig war und ich bin rumgegangen mit der Senfflasche und hab mit Leuten angestoßen, einfach um diese eigene gefühlte Peinlichkeit zu überspielen. Ja, ja. Vollverständnis, also völlig dieses Verständnis. Also ich finde auch, es macht euch wahnsinnig sympathisch. Also ich finde, sowohl die Ästhetik eurer Videos als auch diese etwas überkandidelte Live-Performance, finde ich, macht es wahnsinnig sympathisch. Es macht es sehr angenehm, euch anzugucken. Vielen Dank. Auch wenn ich jetzt nicht, also es ist tatsächlich so, also ich finde, Aber ist das so viel? Also jetzt mal ernsthaft, ist das so? Also ich habe schon den Eindruck, dass wir großteils immer noch Musik machen live. Klar, wir quatschen zwischendurch mal ein bisschen blöde, aber wir, ich weiß nicht, wir führen da jetzt ja keine, kein Broadway-Stück auf, kein Musical. Das stimmt. Sondern es ist immer noch Live-Musik mit, ja, wir hampeln halt vielleicht ein, zwei Mal rum. Ja, aber Oxfond, in dem, also ich gehe ja 90 Prozent meiner Konzerte gehe ich auf so DIY-Shows hier in Berlin, ne? Das heißt, ich gehe zu irgendwelchen, da gehe ich halt irgendwie so zu irgendeiner Grundsband, die im Trickstar rumbrüllt und die würden niemals auf die Idee kommen, nur irgendwie irgendwas an Performance zu machen, außer sie brüllen halt ins Mikro und versuchen ihre Rockgitarren rumzuschwingen. Also so ein bisschen, ich finde, ich finde, dass... Aber es freut mich tatsächlich sehr, Valentin, dass du zu dieser Einschätzung kommst. Wir hatten jetzt neulich auch, als wir in Zittau spielten, dann einen Verriss vom Bierschinken. Ja, ja, ich war ein Autor. Ich war ein Autor. Und wir haben es dann aber dann auch einfach feuchtfröhlich dann einfach weiter verschickt, weil wir es auch sehr witzig fanden, das zu lesen. Aber so prinzipiell wissen wir auch, dass es Menschen gibt, die mit der Art Musik und mit der Art Performance, die wir da an den Tag legen, überhaupt nichts anfangen können. Aber klar, aber natürlich. Und anstatt zu akzeptieren, dass es eben auch andere Möglichkeiten gibt, Musik zu machen und die auch darzustellen und zu performen, gibt es dann einfach auch Leute, die das dann auch hassen wollen. Und damit können wir mittlerweile ganz gut umgehen. Und wir finden immer, wenn es gut geschrieben ist, dann wird es auch gut, dann wird es auch geteilt. Weil der Mensch hat sich auch Mühe gegeben, diesen Text zu verfassen. Und so soll das auch von uns honoriert werden. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, das ist doch auch in Ordnung. Also ich finde, das ist auch in Ordnung, dass ich was scheiße finde und trotzdem, also ich kann genügend Bands aufzählen, die ich einfach musikalisch kacke finde. Und trotzdem finde ich die, kann ich denen irgendwas, sei es jetzt, ich kenne sie jetzt persönlich und finde sie sympathisch oder ich kann ihnen irgendwas an ihrem Dings gewöhnen. Also ich finde, es ist so ein bisschen, es gehört ja auch dazu. Ich finde schon, aber ihr fallt halt insofern, in meinem Kosmos, in meiner Lebensrealität, fallt ihr als Band schon auf, weil es einfach diesen Performance-Aspekt gibt und der auch, klar, ihr seid Musikerin, ich nehme euch auch diesbezüglich total ernst. Ich wollte das auch gar nicht irgendwie jetzt so, nicht abtun oder so. Aber ich finde, es ist schon auch ein Element, was einfach total geil rüberkommt. Und ich finde das sympathisch, gerade in der Szene oder in einem Musikbereich, der sich ja sonst oft auch ein bisschen zu ernst nimmt. Und damit meine ich nicht, alle sollen jetzt Fun-Punk machen, sondern ich meine irgendwie darüber hinaus, also, es hat ja auch was Selbstironisches, sage ich es mal so. Also, es hat ja auch was und das, finde ich, kann gerade diesen ganzen Bolo-Hardcore-Bereich Aber ich finde es schwer, das jetzt damit zu vergleichen, also mit so einem Bolo-Hardcore-Kram. Deswegen musste ich auch so lachen. Natürlich sind solche Shows einfach komplett spaßbefreit, nennen wir es jetzt mal bösartig so. Und wenn man jetzt vielleicht in eher so eine Richtung denkt, jetzt gibt es bestimmt gleich Schläge, aber wenn man sich jetzt mal sowas wie ZSK auf einer Bühne vorstellt, das tut mir leid, dass ich die jetzt mit in den Ring werfe, die natürlich auch viel Interaktion und Krams machen, oder wenn man sich jetzt einen HP Baxter anguckt, HC Baxter, warum habe ich HP gesagt? Meine Güte, das ist ja jetzt doppelt unangenehm, aber auf jeden Fall, also, das gibt ja schon genug Bands, die auch irgendwie ein bisschen drüber sind, was ihre Performance angeht und die ein bisschen mehr machen, als nur auf der Bühne stehen, Nebelmaschine anwerfen und drei Lichter leuchten. Aber ich kann auch verstehen, warum Leute genau dann, die aus so einer Szene kommen, wo halt diese drei Lichter leuchten oder vielleicht sogar nur zwei und Nebelmaschine an ist, warum die das schwierig finden, warum das für die zu doll ist. Aber... Du, ich habe dafür auch vollstes Verständnis, aber das will ich gar nicht absprechen. Ich finde, ich glaube, was ich bei... Ja, die andere Frage ist auch, wie könnte es denn anders überhaupt aussehen? Habt ihr euch mal darüber Gedanken gemacht? Bei uns jetzt? Ja, wie könnte so eine Show... Würde das... Ihr sagt ja schon, das fühlt sich für euch komisch an. Oder zumindest du hast das ja gesagt, Oxon, wenn du da oben stehst und nichts zu tun hast, dass du das irgendwie füllen musst. Also gibt es überhaupt die Option für euch, zu sagen, wir machen das weniger doll ernsthafter, in Anführungsstrichen? Für mich persönlich tatsächlich nicht. Also wenn, dann lieber noch extremer. Und ich muss sagen, ich bin... Scooter hat eine unglaublich geile Live-Show. Wer mal da war, der geht jetzt, glaube ich, auch wieder auf Tour. Werbung. Also ich bin... Wer ist Scooter? Ich sehe mich mehr bei Scooter von der Live-Show, nur von der Live-Show. Wir sind ja in der Unterhaltungsbranche auch irgendwo tätig. Und da sehe ich mich mehr bei Scooter als bei irgendeiner ernsten Hardcore-Band. Und wir nehmen zwar die Musik ernst, die wir machen, aber haben ja trotzdem sehr viel Selbstironie mit drin. Und ich denke, gekoppelt mit der Selbstironie ist das, was sich da Oxon ausdenkt und was ich dann stillschweigend abnicke, dann auf alle Fälle etwas, was auch gut reinpasst. Und ich habe da auch Spaß dran. Und ich freue mich auch immer, wenn Oxon mich dann überrascht mit irgendwelchen neuen Ideen. Ah, guck mal, anstatt Senfflaschen sind es jetzt Ketchup-Flaschen. Lol. Also ich habe da auch schon meinen Spaß mittlerweile. Und wenn ich es nicht verstehe, dann lasse ich den Witz entweder so lange in mir arbeiten, bis ich ihn verstehe. Und wenn ich ihn nicht verstehe, muss ich fragen. Und dann, ah, deswegen. Ah, jetzt verstehe ich es immer noch nicht, aber ich habe zumindest eine Erklärung. Wann kippt das Ganze von Witz zu Ernsthaftigkeit? Ich finde, Oxon macht das... Entschuldigung, das ist jetzt ein Unterbrechen, aber wann... Naja, wenn wir Themen beackern, die... Na, ich habe es, glaube ich, schon mal... Ich weiß nicht, wo ich es erzählt habe. Die Ironie, ich kann jetzt nur von mir reden, und auch der Spaß in den Texten und auch der Sarkasmus, der ist manchmal einfach auch nur ein Werkzeug, sich Themen zu widmen und zu nähern, die mir Bauchschmerzen bereiten, die mir einen Weltschmerz zufügen. und damit ich irgendwie wieder handlungsfähig werde, versuche ich über den Humor und über den Sarkasmus wieder eine gewisse Distanz zu erzeugen, damit der Schmerz erstmal weg ist, damit ich überhaupt erstmal wieder drüber nachdenken kann und dann vielleicht die Möglichkeit auch dann habe, darüber zu schreiben. Und ich finde, uns ist es ja schon noch irgendwie wichtig, Themen zu besprechen, die uns beschäftigen, die uns wichtig sind, und wir machen Unterhaltungsmusik, wie Oxon sagte, und ich denke, das ist eine gute Mischung, schwierige, komplexe, sperrige Themen irgendwie auch in die Köpfe reinzukriegen und das geht jetzt nicht darum, dass wir jetzt wollen, dass alle politisiert sind, aber dass da so eine gewisse, naja, dass einfach auch klar ist, dass es andere Themen gibt, die man besingen kann, die tatsächlich eine gewisse Relevanz auch haben und transportieren. Und vielleicht schafft man es auch, nicht politisierte Menschen dann zumindest anzustoßen, sich dann doch über gewisse Dinge nachzudenken und sich zu beschäftigen. Wir haben ja auch tatsächlich sehr ernste Lieder und auch ein sehr trauriges Lied, was wir live ja auch performen und da kommt natürlich nicht der Kasper zum Vorschein. Aber ich denke, dass auf einer Live-Show beides möglich ist, sowohl diese ironischen Elemente oder die Spaß-Elemente als auch Politik und Ernsthaftigkeit. Ich denke, das kann man trotzdem alles in eine Dreiviertelstunde-Show verpacken. Das widerspricht sich für mich gar nicht. Ja, das ist ja ein Musikstil, den wir da machen, ja auch klar. Ich meine, wir haben ja keinen wirklichen Musikstil, sondern ähnlich wie es mit der Ernsthaftigkeit, mit dem Spaß und mit der Themenvielfalt ist, ist ja unsere Musik ja auch sehr vielfältig aufgestellt. Also, Musikstil wollte ich gerade sagen, Siko, ihr werdet schon durchaus öfters mal jetzt als Elektropunk bezeichnet, ne? Also den Stempel habt ihr jetzt. Ich wollte aber nochmal was sagen, natürlich hast du recht, Truhn, ich erwarte, oder ich gehe ja mit einer anderen Erwartung auch zu einer Bolo-Hardcore-Show oder ich gucke mir irgendwie, keine Ahnung, irgendeine Post-Punk, Emo-Punk-Band an. Aber was mich merke, und das ist, glaube ich, eher auch, weil ich glaube, da tendenziell eher so ein bisschen wie, zumindestens wie Siko auch ticke, dass ich ja sehr, einen sehr breiten Musikgeschmack habe, der sich ja von Hip-Hop über, keine Ahnung, wirklich klassische Popmusik oder aktuelle Popmusik auch einfach zieht bis hin halt zu Punk- und Hardcore-Gezeug. Und ich finde es so langweilig oft, glaube ich, dass ich so das Gefühl habe, ganz viele Leute hören halt auch nur das eine und erwarten auch nur das eine. Also die gehen einfach, die wollen gar nichts anderes, außer sich halt, gerade in diesem Hardcore-Bereich oder auch in diesem, Gott, wie nennt man das, so Mettligen-Hardcore oder so. Die wollen halt einfach nur ihre, ich verstehe die Texte nicht, weil nur geschrien wird, zwei Minuten oder nicht mal zwei Minuten Ballersongs so. Und das, also das kann ich mir mit einer Band mal angucken, aber dann langweilt es mich halt, weil da passiert ja auch nicht viel. So, also, ja, genau. Vielleicht kurze Exkursion, kurzer Powerpoint von mir an der Stelle dazu. Was war die Frage? Nein. Es gab keine Frage, ich wollte einfach auch mal was sagen. Ach so, genau, eine hatte ich gerade, wo ihr eben gerade meintet, das Thema Leute ansprechen, die vielleicht nicht politisiert sind. Wenn ihr das jetzt so aufzählt, wo ihr gespielt habt, bei Böngs, bei Rock im Kuhteich, das ist ja auch wieder so ein bisschen das Problem mit in der eigenen Blase rumhängen. Also habt ihr da irgendwie auch Bestrebungen oder Bock mal zu sagen, ihr geht mal auf was ganz anderes, musikalisch, von den Auftritten her, von irgendeinem Festival? Oder ist das schon noch so ähnlich geartet, wie die eben erwähnten Sachen? Naja, wir bewegen uns ja leider bisher nur in der Bubble drinne. Also ich glaube, ich würde auch eine Anfrage vom ZDF Fernsehkarten annehmen und da vorbeigehen und dann vielleicht schauen, dass man schon einen Song hinbekommt, der vielleicht zwar gut performt ist und auch irgendwie optisch ansprechend ist, aber der trotzdem eine Botschaft rüberbringt. Wobei ich jetzt glaube, dass man mit Songs wie Todesstrafe für alle nicht unbedingt im ZDF landen wird. Aber es wäre ja spannend. Schade eigentlich. Es wäre ja spannend. Die Frage ist, welches politische System sich irgendwie etabliert und Todesstrafe für alle, weiß ich nicht, vielleicht ja dann doch, ich weiß, ich habe keine Ahnung, also man weiß ja nicht, wie es sich noch hinentwickelt jetzt mit den AfD-Umfragewerten, keine Ahnung, vielleicht sind die ja wirklich so doof, das irgendwann mal zu skandieren. Aber ja, ich glaube, was Oxon meinte ist, wenn Oxon da Bock drauf hat, dann sage ich ja meinetwegen, weil ich habe da andere Bereiche, wo ich mich durchsetzen kann, dann soll er sich halt da durchsetzen. Und dann mache ich den Spaß halt auch mit. Und ich finde, da hat Oxon auch so ein Stück weit recht. Ich meine, in unserer Bubble solche Sachen zu sagen, ist wahrscheinlich immer noch witzig, weil man dann auf Konsens stößt und vielleicht dann Leute einem irgendwie die Kette vom Hals reißen. Aber das vielleicht irgendwo zu benennen und zu singen, wo Leute erst mal ja gar keine Berührungspunkte hatten mit den Inhalten, die wir da uns aussuchen, ist das, glaube ich, schon sinnvoller. Deswegen würden wir das auch machen. Ja, auf jeden Fall. Da bin ich, ich habe kurz überlegt, dann doch auf Oxons Seite, ja. Aber es ist ja auch ein bisschen so bei zum Beispiel 100 Kilohertz, mit denen ihr ja auch schon öfters gespielt habt, die sind ja mittlerweile, reiten ja auch eine andere Welle als nur die AJZs. Also ich glaube, die sind ja eigentlich schon zu groß geworden für irgendwelche Jutses und so. Und da kann man, finde ich, auch, also die Musik ist nun überhaupt nicht meins. Und also das ist ja nun wirklich... Das war jetzt mal richtig wichtig, dass du es sagst, ne? Ja, ich musste das einfach nochmal sagen. Entschuldigung. Hast du schon erwähnt, dass du keine Bläser machst? Das ist nicht meine Musik. Ich glaube... Ich hasse Bläser. Ich hasse Bläser. Ich hasse Skarmusik. Ja, danke. Wir machen zwar keine Skarmusik, aber ich hasse Skarmusik. Ich brauche noch meine Credibility-Welt. Ich kann das Wort nicht aussprechen, aber wisst schon, was ich meine. Meine Glaubwürdigkeit. Meine Anti-Ska-Credibility. Ich hasse Bläser und die Hosen sind für mich schlager. Das müsste ich unbedingt erwähnen. Wir haben das Valentin-Bingo. Oh ja, ich bin auch zu erwartbar geworden. Ja, aber zurück zur Frage, Valentin. Ja, du kannst mit 100 Kilo Hertz nichts anfangen, aber was soll ich dazu sagen? Ich finde das Argument zu sagen, okay, also ich habe das so ein bisschen am Rande, die haben das, glaube ich, in einem Podcast oder so irgendwo auch mal erwähnt, dass sie natürlich auch schon schräg angeguckt werden, wenn sie jetzt halt so Riesenshows spielen oder dann so dumme Kommentare kommen wie, naja, jetzt seid ihr ja auch nicht mehr Punk. Aber ich finde, eine Band, die ja grundsätzlich erstmal eine gute Message vertritt, also das tun ja auch 100 Kilo Hertz, dann ist das ja schon, also finde ich das, oh mein Gott, wenn die jetzt ein paar mehr Leute erreichen, die vielleicht sich dann doch nicht AfD wählen, dann hat es ja auch ein bisschen was gehabt. Ja, finde ich auch. Und ich finde auch, wir sind so wenig Punk, also im Sinne von der Musik, wo viele ja sich schon dran reiben, dass man Autotune benutzt. Übrigens ganz witzig, als Sascha dann mit der Stelle Autotune um die Ecke kam, die es dann betrifft, wo sich alle drauf stürzen, die Autotune hassen und die auf der Platte vielleicht nur fünf Sekunden vertreten ist. Ja. Als es dann drin war, hat Oxon erstmal abgelehnt, glaube ich, meinte, nee, nee. Und bei mir war so, geil, das wird uns definitiv auf die Füße fallen, das machen wir auf jeden Fall. Es wird jetzt so viele Menschen geben, die sich darüber ärgern werden. Und das machen wir jetzt mit Anlauf. Und das hat funktioniert. Und genau Siko, echt viele, die haben sich richtig, richtig drüber geärgert. Und genau Siko, ich habe es abgefeiert. Ich habe es abgefeiert. Ich habe es gehört und dachte, geil. Reden wir von Freundin ohne Tier? Genau, genau. Ja, genau. Okay, okay. Mega, mega Song übrigens. Mega Song. Also wirklich ein großartiger Song. Ich habe dieses Videokonzept, wo ihr meintet, hey, schickt mal Bilder mit eurem Tier. Ich habe kein Haustier. Ich habe irgendwie gedacht, hey, ich habe nichts. Schicke euch nichts. Ich habe nur Kinder. Ich habe, genau. Ich habe Kinder, aber da kriegt ihr nichts zu sehen. Aber ich fand die Idee, als ich das dann gesehen habe, vor allem dieses Song und dann dieses Outtune drin, ich fand es genial. Ich fand es wirklich genial. Ja, wir haben uns richtig gefreut. Wir haben gewusst, dass es Leute gibt, ich meine, beim KIZ war es ja ähnlich, wo dann Tarek sein Solo-Album hatte und so viele Fans sich darüber aufgeregt haben, dass er Outtune hatte und benutzt hatte auf dem Album, wo ich dachte, ja, das wird uns auch passieren. Geil, das machen wir jetzt. Und die Leute, die sind über das Stöckchen gesprungen, dass wir da hingehalten haben. Das fand ich ganz toll. Mir ist das ja prinzipiell alles scheißegal. Ja, deswegen bin ich ja in der Band. Ja, ich kann mich gar nicht erinnern, dass das Thema, dass das ein Thema war. Ja, aber schön, dass Leute über Stöckchen springen, vor allem bei dem Song, die ich jetzt persönlich gerade nicht hingehalten habe. Auch das ist doch super. Aber es ist übrigens der Song, den Oxfam vorhin ansprach, den ich eigentlich schon beiseite gelegt hatte, wo Nix tatsächlich sagte, komm, lass mal drüber gucken. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, wenn, dann lass uns das musikalisch noch mal ein bisschen aufbereiten. Weil das Original, das ist übrigens auch zu hören, zumindest so ein Ausschnitt davon, beim Abspann des Videos, da ist das Demo zu hören, was ursprünglich da war. Und das hat mir schon irgendwie gefallen, aber die Musik war halt so, da gab es nicht wie viel Varietät so in meiner Wahrnehmung. Und dann hat der Oxfam uns die Freigabe gegeben, da noch mal dran rumzuarbeiten. Und dann habe ich mich mit Nix in den Proberaum gesetzt. Und dann haben wir den Song noch mal musikalisch zumindest komplett umgearbeitet. Der Text ist eins zu eins so geblieben. Und ja, und als der dann so fertig war, da konnten dann alle einschließlich mir sehr, sehr, sehr gut damit umgehen. Ja. Also ich finde den auch... Habe ich euch da eine Freigabe erteilt? Ich kann mich an gar keine Frage erinnern. Ich glaube, ihr habt das einfach gemacht, wie immer. Ich finde es immer so witzig, dass du dich daran nicht erinnern kannst. So oft. So, ich weiß ganz genau, dass es das war. Und du so, Oh ja, keine Ahnung. Ist mir egal. Macht halt. Es ist mir halt einfach scheißegal. Ja, aber ich frage dich ja trotzdem, was ja dein Zeug ist. Also, ja, wir haben dich definitiv gefragt. Und du so, ich glaube, dein Gedanke war, na, Hauptsache, der kommt aufs Album. Egal wie. Hauptsache, der kommt irgendwie drauf. Ja, und ich finde, der Song hat echt gewonnen. Es war alles gut gelaufen. Und ist zur Single geworden. Und die Menschen, die den Humor verstehen, den ich anfänglich auch nicht so wirklich verstand, die feiern den Song. Und es gibt Leute, die finden den Text total albern. Und dann ist auch gut. Also, wir sind ja jetzt erst mal angetreten, Musik zu machen, die uns selbst gefällt. Das ist nach wie vor so. Und wenn es darüber hinaus noch Menschen gibt, die jetzt abfeiern, dann sind wir auch sehr, sehr zufrieden und freuen uns natürlich über jede positive Rückmeldung. Und auch über Visionsrezensionen, die uns richtig vernichten. Okay, jetzt stopp. Kurze zwei Sachen. Also, erstens eine Anmerkung, Truni, geht eher in deine Richtung. Wenn ich jetzt auch so viel schweigen würde wie du, dann wäre das hier, glaube ich, die exklusive Therapiestunde zwischen Oxon und Siko. Also, wir wären einfach so, wir müssen gar nichts machen. Ich finde das auch sehr schön eigentlich. Weil sie ist wahrscheinlich sonst nicht. Also, die würden einfach sich die ganze Zeit unterhalten zu zweit und würden so, und wie war so dein Abend gestern? Und ich fand das übrigens mit der Freigabe, das hat nicht funktioniert. Egal. Egal. Ja, weißt du, wie Truni das jetzt lebt? Truni hört Podcast, aber interaktiv. Stimmt. Stimmt. Also, wenn er Bock hat, das sagt er halt was. Ja. Ja. Teilnehmende Botschaft. Teilnehmende. Ja. Aber mir ist, ich habe mich was gefragt, Siko, ich habe tatsächlich noch eine Frage, und zwar, ihr habt ja jetzt schon angefangen, vom nächsten Album zu sprechen. und ist es, also wäre es theoretisch auch, oder ist es überhaupt denkbar, dass ihr nochmal ein Album aufnehmt, wo ihr sagt, okay, nee, jetzt wird es einfach ein klassisches, keine Ahnung, 30 Minuten Punk-Album. So ein bisschen wie eine Mischung aus Ärzten und Green Day aus den 90ern. du beispielhaft gesprochen hast. Dafür müssen wir noch ein bisschen älter werden, aber das ist realistisch. Das kann passieren, ja. Also, das heißt, ihr sagt aber auch, also, oder ihr sagt auch, Soko Links ist bewusst auch etwas Offenes. Also, das ist nichts, was jetzt sozusagen einen Weg eingeschlagen hat, und den darf es nicht mehr verlassen, als, als, als Gesamtwerk sozusagen, als Kunstwerk. Also, jetzt kann ich nur für mich reden, da haben Oxon und ich noch gar nicht drüber geredet, weil bisher ist der kreative Prozess, halt, der läuft halt, ohne dass man vorher eine Richtung ausmacht, der läuft, und dann gucken wir mal, was rauskommt. Und jetzt, wie gesagt, hat ja Sascha auf alle Fälle noch viel, ein Handzeichen von Oxon, hat ja Sascha jetzt auch noch ein bisschen mehr Spielraum, noch Einfluss zu nehmen, der auch gewünscht ist, wie gesagt. Aber so prinzipiell, wenn du die Frage so stellst, wenn Oxon und ich mal zusammenkommen und sagen, okay, bevor wir jetzt losschreiben, was wollen wir eigentlich machen, also wo ist noch Interesse da, wohin wollen wir uns entwickeln? Und da will ich nicht abstreiten und auch gar nicht ablehnen, dass wir vielleicht irgendwann wieder sagen, jetzt gehen wir zurück zu unseren Wurzeln und sagen, wir machen nur noch Rock für ein Album oder halt nur Elektro oder machen halt Scooter 3.0 anstatt Ärzte 4.0. So, Handzeichen ist gesehen, Oxon, du darfst jetzt reden. Es ist tatsächlich also schön, Siko, dass wir mal wieder zusammenkommen und darüber reden, das haben wir nämlich noch gar nicht. Also das dritte Album ist in Planung, wir haben aber noch gar nicht wirklich drüber gesprochen und ich habe persönlich schon so ein bisschen die Befürchtung, scheiße, machen wir jetzt mit dem dritten Album einfach nur eine Kopie von dem zweiten und ersten Album. Also das zweite Album ist so eine Weiterentwicklung, denke ich, vom ersten, aber ich will eigentlich nicht, dass das dritte Album so in die Richtung geht, wie die ersten beiden Alben waren. Also ich habe schon in mir, spüre ich den Wunsch, jetzt immer bei der Therapiestunde, doch auch nochmal eine Veränderung vorzunehmen. Und manchmal kommt schon der Gedanke auf, ja, vielleicht könnte man einfach mal ein Album aufnehmen, was völlig weg ist von Soko Links, also diese Erwartungshaltung, die vielleicht da ist, bei den 30 Käufern der Platte, die mal komplett zu torbedieren. Also ich hätte auch mal Bock auf ein, ich weiß nicht, ja jetzt kein Schlagealbum, aber mal was anderes auf jeden Fall, würde ich mich durchaus im Leben noch ausprobieren wollen. Das wird jetzt sicherlich nicht mit der dritten Platte passieren, aber wer weiß, was danach kommt. Genau, das ist, eigentlich hast du mir aus der Seele gesprochen. Ich glaube für das dritte Album, denke ich, läuft es erstmal so lang und wir gucken mal, welche Songs dann so entstehen. Gerade ist ja eine Neuerung da, nämlich, ich habe es ja schon mehrfach angesprochen, dass wir in der Produktion so ein paar Veränderungen jetzt vorgenommen haben. Und mal gucken, was das bereithält. Aber ich könnte mir vorstellen, dass ab Platte vier, wenn es sie dann geben sollte, dass ich dann auch echt Bock hätte, mit Oxfam zusammenzukommen und sagen, ey, bevor wir jetzt anfangen mit Schreiben, lass mal ein Konzept machen. Also wirklich mal zu sagen, wir machen es komplett anders. Ich muss da am Placebo denken. Die haben bei der letzten Platte auch gesagt, bevor wir Musik schreiben, lass mal überlegen, wie wir es anders machen können. Und die haben sich erstmal Titel überlegt für die Songs. Also das fand ich auch eine Herangehensweise, die ich auch erstmal geil fand, zu sagen, okay, bevor wir irgendwie Musik oder Songs haben, lass mal gucken, wie die aussehen soll, die Platte. Lass mal gucken, wie die Titel heißen können. Also mal wirklich sagen, man rollt das, man rollt das Pferd von hinten auf, ich glaube, so heißt das, also einfach mal sagen, wir machen es komplett anders. Darauf hätte ich bei Platte 4 auf alle Fälle Bock, weil ich habe auch festgestellt, Platte 3 finde ich noch wichtig, dass das vielleicht so nicht zu überraschend kommt, aber bei Platte 4 einfach auch aus eigener Motivation heraus und den Ansporn, sich zu überraschen, könnte ich Ochsern. Das haben wir jetzt auch oft genommen, selbst wenn du es vergisst, kannst du es nachhören. Wir können uns gern bei Platte 4 uns dann sagen, okay, jetzt löschen wir alles, was wir an Songs haben und machen komplett was Neues. So, könnte ich mir auch vorstellen, zu sagen, wir werden uns auf bestehende Demos dann nicht mehr verlassen, drücken die Löschtaste und dann gucken wir mal, wohin die Reise geht. Erwischt ihr euch? Ich glaube, das kann ich auch sehr gut, tatsächlich, wenn etwas vorgegeben ist, thematisch darauf rumschreiben. Ich glaube, die Fähigkeit, die liegt mir inne. Und mal was anderes, wollen wir mal wieder zusammen. Ja? Du erinnerst dich ja noch, wir haben ja noch ein Konzeptalbum rumliegen, aber das haben wir nie angefasst, nie zu Ende gedacht. 2007 begonnen und seitdem liegt es halt rum. Ja, das muss noch ein bisschen reifen. Das ist wie so Käse, der muss noch ein bisschen schimmeln. So, aber mehr sagt man nicht dazu von der Idee. Jetzt können wir ja sagen, was machen die eigentlich? Da gehen wir gar nicht drauf rein. Was für einen Zeitrahmen habt ihr eigentlich? Also wann gibt es irgendwie eine Idee, wann das dritte rauskommen soll? 2026. Also schon noch Zeit, doch noch mal was anderes bisschen zu machen und sich zu überlegen. Ich habe keine Ahnung, wie Songwriting funktioniert. Ich habe nie in der Band gespielt, ich kann kein Instrument benennen, wenn ich sehe, vielleicht ist es viel Zeit, vielleicht ist es wenig Zeit, aber also ich würde sagen, zwei Jahre sind, naja, ich würde sagen, in der Art und Weise, wie ihr arbeitet, sind zwei Jahre gar nicht so viel für ein neues Album, weil ihr doch ja eher einen umfangreichen Prozess habt. Also ich mit meiner Rumpelpunkband, wir gehen halt, wir haben halt das Album gerade in vier Tagen eingeknüppelt, so und noch einmal im Trickstar betrunken Chöre eingesehnen. Das war es so. Also das letzte Album, das letzte Album war das, wo wir am längsten gebraucht haben. Also von allen Alben, das ist jetzt glaube ich das elfte Album, wo ich dran beteiligt war, so insgesamt, das war das, was am langwierigsten war tatsächlich, wo wir wirklich am meisten Geld und am meisten Zeit reingesteckt haben und auch mehr an Songs gearbeitet haben als zuvor. Also mit mehr mal nicht reingestellt. Das ist ja auch so, du hast irgendwann die Aufnahme, der Prozess dauert ja eine Weile, dann kommt ja, so eine Platte ist ja mehr, da gehört ja irgendwie Artwork dazu, da gehört dann halt eine Promophase dazu, Videos drehen, das muss man ja alles vorbereiten, dann spielt man auch noch live, sehr gerne live und das braucht halt seine Zeit und da sind zwei Jahre einfach mal schnell weg und wenn so eine Platte auch mal acht, zwölf oder sechzehn Wochen ein Presswerk ist, ist es ja auch eine Zeit, die man so nicht dazurechnen kann. Das ist halt vielleicht ein Vierteljahr, was einfach weg ist und ich finde halt auch bei diesem Aufnahmeprozess sollte man sich halt einfach auch Zeit nehmen. Also so dieses Konzept, vier Tage ein Album einspielen, das können Bands machen, sehr gerne, wenn sie das wollen. Ich habe letzte Woche, habe ich die letzte Detlef-Platte gehört und ich finde, da sind so unfassbar geile Songs drauf und die haben die aber auch in drei Tagen irgendwo in Transsilvanien durchgerumpelt, Sorry Boys nach Köln und ich habe mir die Frage gestellt, wie geil würden diese Songs klingen, wenn die die vernünftig aufgenommen hätten. Also wie weit vorne wäre dieses Album dann? Also der Oxen, da sind wir zum Beispiel bei dem Album Immer wenn ich, muss du. Das ist ja mit Abstand in deren Diskografie das Album, was am besten klingt und das ist auch für mich zumindest mit Abstand das beste Supernichts-Album und ich würde mich sehr freuen, wenn Detlef irgendwann mal so klingen würden, wie die Supernichts, weil das ist ein Album, das ist einer meiner wichtigsten Deutsch-Punk-Platten für mich. Ja, das wollen die vielleicht auch gar nicht. Das ist ja okay, das muss jede Band für sich selber entscheiden, wie sie das macht. Aber das finde ich auch für mich. Es wird heute nichts mehr Valentin. Ich habe kaum eine Chance, irgendwie reinzukommen. Nee, ich gebe es irgendwann auf. Also, ich wollte ja gar nicht so ein Thema aufmachen, aber ich möchte jetzt trotzdem mal noch kurz meine zwei Cent dazu geben. Also ich finde, man kann sich halt auch im Studio ganz schön verrennen und die Frage ist, klingt ein Album geil oder nicht? Also das erste El Mariachi-Album klingt echt beschissen und ist trotzdem ein Mega-Album. Oder die erste Get-Up-Kids-Platte ist genial und klingt total scheiße und die haben sie in drei Tagen komplett eingespielt. Also ich bin da, glaube ich, so, ja, ich glaube da, das kommt auf die, also die, ich weiß nicht, also ich, für mich muss zum Beispiel dieser, ich kann verstehen, dass es jetzt bei eurer Musik zum Beispiel, ne, Autotune und gewisse elektronische Elemente, klar, das braucht eine gewisse Zeit, um zu reifen. Ich finde aber, man kann auch durchaus Alben kurz und knackig machen, das geht schon, also das würde ich jetzt nicht sagen. Ja, ich glaube, das kommt auch ein bisschen darauf an, wie Band aufgestellt ist, wie die wahrgenommen werden möchte und welche Standards so festgelegt werden. Genau, absolut. Und für uns war eigentlich so ein sauberer Sound immer recht wichtig, einfach weil unsere Stimmen jetzt auch nicht so rotzig sind, also das ist jetzt meine Herangehensweise, also ich hatte neulich mit Sammy gesprochen von Park & Riot und habe auch gesagt, wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte, frei zu entscheiden, welche Mucke ich machen wollte, dann hätte ich, glaube ich, schon auch eher so rotzige Musik gemacht, aber meine Stimme gibt es einfach nicht her. Und ich habe es dann so ein bisschen wie Achim Menzel dann gemacht, als ich das gelesen hatte, der hatte sich vor den Spiegel gestellt und hatte sich überlegt, was nimmt das Publikum mir ab? Also eigentliche Frage ist, worin bin ich authentisch? Und die Frage habe ich mir dann auch gestellt und Oxon und ich waren in der Schule immer die Klassenclowns und da war klar, okay, in dem Punkt sind wir wohl offensichtlich gut, Leute zu unterhalten mit doofen Sprüchen und halt mit schnellen Ansagen, die witzig sind, das können wir offensichtlich ganz gut und brüllen können wir auch nicht und alles, was wir gehört haben, wo nicht gebrüllt wird, war eben so Pop-Punk und dann war, glaube ich, über unsere beschränkten Skills dann relativ schnell klar, was wir musikalisch so machen können. Aber das ist auch für mich überhaupt nicht die Frage. Ich finde ja gerade, das, was euch ausmacht, ist ja gerade vielleicht auch dieses sehr umfangreiche Songwriting und diese umfangreiche Produktion. Also ich sage ja gar nicht, dass ich wollte nur sagen, ich glaube, es gibt halt verschiedene Bandbreiten der Musik, die man unterschiedlich, also ich könnte mir vorstellen, so eine Band wie Park & Ride kann halt schon auch in drei Tagen ein ziemlich geiles Album einklüppeln, einfach weil sie es könnten. Und da würde es auch passen, bei uns würde es, glaube ich, nicht passen. Ja. Aber mich würde was interessieren, ihr habt es gerade angesprochen, ihr habt schon zusammen ja schon viele Alben aufgenommen, auch noch mit anderen Bands, also es gab ja nicht nur Soko Links vorher. Erwischt ihr euch manchmal, dass man denkt so, boah krass, da hätte ja auch bei unserer alten Band XY sein können oder, also habt ihr so, habt ihr manchmal so Flashbacks zu anderen Zeiten, wenn ihr jetzt beim neuen Album zum Beispiel, also gibt es einen Song auf dem neuen Album, wo ihr sagt, den hätten wir auch eins und eins schon vor zehn Jahren so machen können? Boah, jetzt sagt er nichts, jetzt muss ich antworten. Das ist ja eine schön geschlossene Frage, die du gestellt hast, also kann ich mit Nö antworten? Also ich lebe halt auch nicht in der Vergangenheit, sondern halt im Hier und Jetzt und ja, jetzt wo du es sagst und man drüber nachdenkt, klar hätte der ein oder andere Song auch früher bei den anderen Bands gepasst, aber das ist nichts, worüber ich zumindest mir Gedanken mache beim Songwriting. Ich schreibe halt das auf, was aus mir rauskommt, so wie immer. Okay, aber ich meinte auch gar nicht darum, dass es jetzt darum geht, dass man sich beim Songwriting Gedanken macht, es ging eher um diesen Veränderungs, also wie viel, oder andersrum, wie viel von den alten Bands steckt noch heute in Soko Links? Das ist ja, weil die ja beide ja auch damals schon viel die Songs geschrieben haben. Wir sind immer, mach du auch so. Ja, wir sind ja, haben uns ja zwar als Menschen vielleicht irgendwie entwickelt, in welche Richtung auch immer, aber wir sind ja noch die gleichen Menschen. Wir sind ja jetzt nicht, wir haben eine neue Band gegründet und jetzt sind wir zu 100% andere Leute, das funktioniert ja nicht. Wir sind ja nach wie vor wir. Und unsere Skills sind ja immer noch genauso beschränkt wie am Anfang, insofern müssen wir ja auch auf das zurückgreifen, was wir haben. Aber vielleicht eine Anmerkung von einem gemeinsamen Freund, der beide Bands kennt oder drei Bands, eigentlich alle Bands, in denen wir bisher gespielt haben, aktiv waren. Und er meinte, dass schon rauszuhören ist, wer welchen Song geschrieben hat, weil er eben das Schaffen von Oxon und von mir schon kennt. Und er meinte halt, ich spreche übrigens von Michi, äh, von Micha, also weiß ich, bin ich meiner nicht. Ja? Ja, war klar. Und er meinte auf jeden Fall, ja, man hört voll raus, wer welchen Song geschrieben hat und da war der halt happy mit. Aber er hat trotzdem anerkannt, dass es dann trotzdem Songs gibt, die es vorher so nie gegeben hätte bei anderen Bands. Und insofern gebe ich Oxon recht, wir sind ja immer noch, zumindest was die Standard, die Standardausführung unserer Personen sind ja immer noch dieselben. Da gab es zwar ein paar Features, die da hinzugekommen sind, manche sind verschwunden, aber so prinzipiell, die Grundausstattung ist ja dieselbe. Das heißt, man kann, wenn man das möchte, unser Schaffen betrachten und das als Weiterentwicklung betrachten, auf jeden Fall. Okay. Ähm, ich hab, ich würde gerne nochmal zum Thema, hatte ich ja eingangs erwähnt, zum Thema Politik auch nochmal gleich kommen, so ein bisschen, ähm, kam ja jetzt auch schon, war ja auch, klang ja schon durch, Thema Wahlen, anstehende Wahlen und so. Äh, aber vorher hab ich mich nochmal gefragt, ihr habt jetzt das Album wieder bei, äh, ist ja wieder bei Backrauf for Fita erschienen, ähm, war das, also einfach aus Neugierde, war das so von vornherein sagen, ey cool, mit Backrauf for Fita und, äh, ähm, das funktioniert gut, das passt gut, ist das einfach was, ist das einfach ein Label, das auch, wo ihr euch sozusagen bei der, bei der Bandbreite, die ihr auch musikalisch macht, gut, äh, gut aufgehoben fühlt? Ähm, was die Bandbreite betrifft, darüber hab ich nicht, äh, nachgedacht, das war halt so, dass es mit dem ersten Album unfassbar gut lief, mit Böngs einfach auch sehr viel Sympathie im Spiel war, die uns gut verstanden haben, er sehr gute Arbeit geleistet hat, über einen Labelchef hinaus einfach auch Aufgaben gesehen hat, die er dann auch übernommen hatte, also schon so hier und da paar, paar Aufgaben übernommen hatte, die eher so im Bereich Management ging und hat einfach auch, glaube ich, irgendwann so das größere Potenzial dieser Band wahrgenommen, ähnlich wie Carsten zu seiner Zeit und hat uns dann einfach auch nochmal so ein bisschen, nochmal klar gemacht, was die Band eigentlich im Stande ist, leisten zu können und das zeigt sich ja anhand schon auch der Spotify, äh, Zahl von den HörerInnen, dass wir, glaube ich, dritt oder viert erfolgreichste Band des Labels sind, also irgendwie hat er ja auch Dinge gesehen und beispielsweise die Single Demokratienpilzkultur, da war ganz kurzfristig von ihm die Idee, das als Single rauszubringen, das war ursprünglich gar nicht gedacht, aber er meinte hier, der Song muss unbedingt kommen, dann haben wir gesagt, ach fuck, okay, wir haben auch kein Video, dann war aber auch klar, wir spielen keine Konzerte, dann haben wir genug Zeit, noch ein Video zwischendurch zu drehen, haben das schnell organisiert und, ja, und dann ist das so mit der erfolgreichste Song geworden, einfach weil Böngst das gespürt hat, dass das funktionieren kann, der einfach gecheckt hat, okay, der Song ist gut, der ist hervorragend witzig, das Feature würde funktionieren, das waren alles so seine Gedanken und wir haben da jetzt nicht gedacht, da müssen wir wieder sprechen, sondern, jo, wenn er das sagt, dann wird es halt gemacht und hat er ja offenbar auch den richtigen Riecher und ist ja mit Abstand auch der meistgeklickte Song auf Spotify. Naja, und, weil du es gerade ansprichst, Video, ich hatte es ja schon erwähnt, mich, ich finde eure Videos wirklich, ja, kann ich sagen, fantastisch, ich mag diesen dadaistischen Style, der teilweise auch sehr improvisiert wirkt, was ich aber auch total einfach sympathisch finde, ihr habt ja jetzt schon Todesstrafe für alle, Sachen, weil die beiden, weil es improvisiert ist, weil es improvisiert ist, also es wirkt improvisiert, weil es improvisiert ist, aber das ist ja auch meins. Ich bin mal ganz ehrlich, die beiden Videos, die wir für FOD und für Lala Lobby dann gemacht haben, die sind aus reiner Not entstanden, wir hatten, ich habe da erzählt, wir hatten Verzögerungen wegen Todesfall, dann hat sich David was verzögert wegen Todesfall und irgendwann war es scheiße, wir brauchen noch Videos, fuck, und wir veröffentlichen nächste Woche, fuck, dann irgendwie, komm, lass wieder Greenscreen buchen und ja, alle, die mithelfen, einschließlich Carsten, ihr bringt alles mit, was euch irgendwie einfällt, hört euch bitte die Songs nochmal an und bringt alles mit, was irgendwie mit dem Song in Verbindung stehen könnte. So, dann haben wir das Studio organisiert, haben den Kameramann organisiert, der Kameran, also in dem Fall Arbeit fragte, was habt ihr euch gedacht und wieso, ja, keine Ahnung, lass mal gucken, was kommt und dann im Schnitt mit unserem Cutter ist dann irgendwie klar geworden, okay, das kann in die Richtung gehen. Okay. Ihr habt ja jetzt schon veröffentlicht, ne, also es sind ja schon einiges gewesen, Todesstrafe für alle, wenn ich es richtig überblickt habe, dann, äh, F.O.T., ähm, dann Lala Lobbyland, dann war da noch einer, ne, hab ich gerade, einen vergesse ich doch gerade. Wer hat damit angefangen, das Video, was du richtig toll findest, genau, das kannst du nicht erinnern. Wow, Valentin, das ist ja kognitiv wirklich eine Glanzleistung von dir, ich bin beeindruckt. Hey, es ist Viertel vor elf, ich bin seit fünf Uhr, fünf Uhr wach, also, äh, man sehe es mir nach. Ähm, aber kommt noch was, mach dir noch ein Video. Nee, tatsächlich nicht. Also, warte mal, wir wissen es doch nicht. Äh, dadurch, dass, Carsten gestorben ist, hat sich bei uns echt viel verschoben. Es sollte eigentlich auch noch zu Nazis töten, noch ein Video kommen. Äh, das haben wir dann komplett auf Eis gelegt, weil wir gesagt haben, wir schaffen es einfach nicht. Die Trauerarbeit hat so viel Platz eingenommen. Äh, hinzu kam, dass wir dann auch jetzt noch für Carstens Geburtstag am 20.06. auch involviert sind in die Planung, weil da soll es am 20.06. noch in der Moritz-Pastei einen Veranstaltungsort, wo er selber auch als Bandbetreuung gearbeitet hat, soll nochmal, nochmal eine Feier stattfinden. Da hängen wir so ein bisschen drin in der Planung. Ähm, das hat er dann irgendwie nochmal Fokus eingenommen. Wir haben zumindest mit Böngs, unserem Labelchef, für die, die später eingeschaltet haben, ist ja gar kein Radio, vergesst es, ähm, haben wir zumindest besprochen, dass wir noch eine EP rausbringen wollen. Ob das jetzt stattfindet, das wissen wir noch nicht so ganz genau, aber zumindest ist das eine Idee, die noch vage im Raum rummeandert. Und wenn es das geben sollte, dann wäre es so im August, wahrscheinlich eher September, dann veröffentlicht mit, wieder mit paar B-Seiten mehr. Also wieder mit Remixes von, von einem gemeinsamen Freund aus Schultagen und, äh, vielleicht noch die ein oder andere, das ein oder andere Demo, wo wir wissen, das klingt gut, wie es ist und das werden wir für das Album aber nicht mehr verbraten. Das sind aber alles nur vage Ideen, die Oxen und ich auf alle Fälle auch noch besprechen müssen. Insofern, ja, habt ihr jetzt ja die Chance zu. Dafür sind wir ja da. Ja, das war gerade mein Gedanke, Trun, das war mein Gedanke. Was war dein Gedanke? Ich hab's gerade nicht verstanden. Das war genau der Gedanke, dass wir jetzt den, die Zeit und vor allem den Raum haben, dieses, äh, Thema zu besprechen. Aber nein, das ist für den nicht so. In aller Ausführlichkeit und, äh, Trun und ich machen einfach, stellen uns auf den Hut und sitzen einfach dabei. Das ist doch, das ist doch in Ordnung. Ich hab nochmal ganz, ganz kurz eine Frage zum, zum Nähmethema noch, weil ich das aus dem Freundeskreis von bekannten Musikern kenne, die immer irgendwie so Bock haben auf ein bestimmtes Label, weil das ihre Musikrichtung so gut präsentieren würde. Also beispielsweise, keine Ahnung, irgendein Post-Metal-Label, weil die Leute Post-Metal machen. Das klang jetzt bei euch gar nicht so durch, dass das Musikalische da irgendwie so im Vordergrund steht, sondern eigentlich eher so die Leute dahinter oder wie das Ganze gehandhabt wird. Gibt's da irgendwas, wo ihr sagt, wo ihr auch raufpassen würdet überhaupt oder wo ihr sagt, so geil, auf dieses Label, das wäre mal so das große Ding? Wir haben ja bei dem ersten Album einfach kein Label gefunden. Also Barcao Fafita war, glaube ich, auch nicht das erste Label, was wir angeschrieben haben, sondern das Einzige, was geantwortet hat von all den Anfragen, die wir rausgehauen haben. Und das war jetzt auch nicht die positivste Antwort. Beziehungsweise, ich möchte an der Stelle nur sagen, wir haben mehrere angeschrieben, es gab auch Antworten, ganz nette, zum Beispiel Audiolied haben auch zurückgeschrieben, aber haben gesagt, nein. So. Und dann hat man noch ein anderes Label befreundet, also ein Freund, der hat auch gesagt, das ist ihm zu elektronisch. Nein. Und dann passierte lange Zeit nichts und jetzt darf Oxfam weitererzählen. Und da war beim zweiten Album gar nicht die Frage, gehen wir irgendwo anders hin, weil wir hatten ja dann einen endlichen Label. Und ich mache mir da jetzt keine, oder wir machen uns keine Gedanken drüber, mittlerweile nicht mehr zumindest, das haben wir vor dem ersten Album gemacht, wo könnte man hinpassen? Aber dann landet man auch relativ schnell von den gedanklichen Höhlenflügen auf dem Boden der Tatsachen, um zu sehen, ja, wir gehen schon dorthin, wo man auch das Album veröffentlicht, so. Oder veröffentlichen kann, ja. Ich würde mal so langsam Richtung Ende gehen. Ja, so ein bisschen. Na klar. Aber mich würde mal so ein bisschen nochmal interessieren, weil wir haben jetzt schon öfter, das ist ja gerade auch sehr passend, übergeleiteten Nazis töten, einen Song auf eurer Platte, auf der aktuellen Platte, mit was für einem, also ihr wohnt ja mittlerweile in Leipzig, aber kommt ja auch eher aus dem provinzielleren Bereich Sachsen. Mit was für einem Gefühl fahrt ihr eigentlich gerade so durch Sachsen, durch Thüringen, gerade jetzt in Anbetracht mit den anstehenden Wahlen? Wir wissen, dass die AfD, Kommunalwahlen waren ja gerade auch schon in Thüringen, dass die AfD und auch teilweise noch faschistischere Menschen da ganz schön viel zu sagen haben. Wie geht es euch gerade damit? Also auch, ist das zum Beispiel auch, oder wie, ja, was macht es mit euch gerade so aktuell? Also im besten Falle bin ich stillschweigend genervt. Ich war jetzt letzte Woche auf einer Hochzeit in der Provinz gewesen, in meiner ehemaligen Herkunftsregion und habe mir vorher halt da irgendwie ein Taxi organisiert und du sprichst ja mit dem Taxifahrer, so eigentlich so Smalltalk, wie man das kennt, ja. Und natürlich hängen überall nur AfD-Plakate und so und da sind dann irgendwie, weiß ich nicht, ist irgendwo das Plattenbau-Viertel, wo es dann auch immer wieder mal Herausforderungen im Alltag gibt, weil dort Menschen ganz unterschiedlichster Herkunft zusammenkommen und ungefragt erzählt der Taxifahrer eben halt seine Meinung. Also zu sagen, ja, hier, die Ausländerscheiße hier und dieser ganze Ukraine-Mist, was soll das? Das ist schon, das ist schon irgendwie finster und man versucht das zum Schiffen, weil ich weiß jetzt mit dem Taxifahrer, das hat irgendwie keinen Sinn zu reden, weil der hat jetzt einfach nur diese Scheißaufgabe, mich von A nach B zu bringen und im besten Falle auch wieder abzuholen. Man merkt aber, dass das Thema bei den Leuten präsent ist und dass sie ihnen das ungefragt aufs Maul schmieren und dass das schon, ja, alles sehr doch rechts geprägt ist. Wobei das die Leute sind, die natürlich zuallererst ihr Maul aufmachen und dir das entgegenfeuern. Ich weiß nicht, der SPD-Wähler, die SPD-Wählerin kommt jetzt vielleicht nicht sofort mit politischen Themen um die Ecke, weil die Wahlergebnisse, wenn man sich sie anschaut und auch die Umfragenergebnisse, klar nimmt die AfD da einen relativ großen Teil immer wieder ein, aber die anderen Parteien auch. Naja, also ich meine, die CDU hat ja gar nicht so schlecht sich gehalten gegen ein Verhältnis zur AfD jetzt in Thüringen, jetzt bei der Kommunalbahn. Es gibt ja auch jetzt in Mecklenburg-Vorpommern tatsächlich den Effekt, dass so verachtenswert ich diese Frau finde, aber dass Bündnis Sarah Wagenknecht tatsächlich es geschafft hat und das ist jetzt meine Überzeugung, dass unter anderem auch die Neugründung dieser Partei dazu beigetragen hat, dass in den, es ist jetzt keine Wahl, aber es sind so Prognosen, dass die AfD neun Prozentpunkte verloren hat. Und da finde ich es gerade auch ganz gut, dass es jetzt mehr rechte Parteien gibt, dazu zähle ich jetzt auch Sarah Wagenknechts Partei dazu, wo die Stimmen ähnlich verteilt werden wie in den traditionellen linken Lager, linke, grüne, SPD, die haben ja letzten Endes schon auch irgendwie so linke Themen zumindest und da hat er mal eine größere Auswahl als im rechten Spektrum, da hat er mal bloß die CDU und die AfD und jetzt kommt halt eben noch Sarah Wagenknecht dazu und da habe ich schon so ein bisschen das Gefühl, dass sich da auch die Kräfte sich so ein bisschen abschwächen können. Das ist zumindest auch ein bisschen meine Hoffnung. Okay. Es ist auch, weil du sagtest, okay, wie geht es euch damit auf dem Land? Es ist ja grundsätzlich ein gesamtdeutsches Thema. Also ich war letztes Jahr irgendwann bei irgendeiner Band, wo ich nicht weiß, wie die heißt, auf einem Konzert in Leipzig. Die kam, ich sage mal, klassisch aus dem Westen und die hat auf der Bühne eine Ansage gemacht, ja, bei euch ist das ja alles so schlimm mit AfD und bar, wir müssen was dagegen tun, so dieses Ganze, was halt in linken Bubbles dann halt auch immer wieder passiert und ich stand ganz hinten am Tresen und ich habe dann echt durch den ganzen Saal gepflegt, ja, hallo, ihr kommt, ihr waren gerade Kommunalwahlen in Hessen und da hatte die AfD auch, weiß ich nicht, 15 oder 18 Prozent, wo ich gesagt habe, hey, das ist jetzt kein Thema für Ostdeutschland, was du jetzt hier auf der Bühne kundtun musst, hat der Ansagentyp dann auch eingesehen und hat sich dann relativiert, aber es ist ein gesamtdeutsches Problem. Total. Und kein rein ostdeutsches. Wobei wir das in der Provinz natürlich schon merken, dass da fast ausschließlich Plakate von AfD und Co. alles, was noch rechter geht, Freie Sachsen hängen. Und dass halt auch die Jugend oder die Leute dort stark geprägt sind. Jetzt am Wochenende war Thüringen, das sah jetzt in den Kommunalwahlen auch nicht so gut aus, war viel blau geprägt. Das ist schon etwas, was uns die nächsten Jahre auch begleiten wird. Das ist ja auch nicht mal nur ein gesamtdeutsches Problem. Ich möchte jetzt auch, ich möchte jetzt hier keinen Politikvortrag halten, bin, laufe aber die Gefahr, da rein zu geraten. Aber wir haben ja irgendwie die Wahlen in Brasilien, Argentinien, Russland mit seinem Diktator, China, die irgendwie nach ganz viel Scheiße strebt, was auch nationalistisch ist. Wir haben die Wahlen in den USA, wo das voll komplett gespalten ist. Es ist ein Thema, was irgendwie die ganze Welt zu zeigen. Ganz viel auch Europa. Guck dir die Niederlande an, guck dir alles an, was gerade in Europa passiert mit dem Rassemblement national, die sich irgendwie versuchen, da rein zu zecken und die das ja auch schon seit Jahren vorbereiten. Das ist jetzt ja auch bei denen auch kein Trend, der irgendwie die letzten zwei, drei Jahre jetzt angestiegen ist, sondern das passiert halt über einen langen Zeitraum. Und dann zu sagen, das ist ein rein ostdeutsches Problem, ist ein bisschen arg einfach gedacht. Aber wie so oft bei den ganzen politischen Themen, die dann so einseitig betrachtet werden. Ja, da kann man, glaube ich, jetzt viele Themen dann nennen, die einseitig betrachtet werden und danach stundenlang drüber diskutieren. Ich kann nur sagen, es macht mich auf alle Fälle wütend, weil dann das Thema Nazis in Dortmund zum Beispiel gar nicht thematisiert wird so wirklich, obwohl es in Dortmund auch ein massives Nazi-Problem gibt. Darüber wird aber nicht so hart geredet wie in Sachsen, in Thüringen und Sachsen-Anhalt. Das sind ja meistens auch dann die Sündenböcke, würde ich mal behaupten. Aber dass in der Diskussion wenig Erwähnung findet, dass in den 90er Jahren auch ganz viele bayerische, Menschen dann nach Sachsen gezogen sind, das ist immer noch passiert, dass es einen Zuzug von rechten Leuten gibt, die extra nach Sachsen kommen, damit die da unter ihresgleichen sind. Und das wird gerne verschwiegen. Es gibt auch diese Anastasia-Bewegung, wo ja auch eigentlich, ich sag mal Westdeutsche, ich sag mal Westdeutsche jetzt einfach, weil das oft hier genannt wird so, als Wessis Westdeutsche, die dann extra hierher kommen, Land kaufen, irgendwelche Güter aufkaufen und dann da ihren völkischen Kram da verbreiten und leben. Und darauf haben Vereine und ja Vereine wie das Treibhaus in Döbeln schon Ewigkeiten darauf hingewiesen, dass das echt ein krasses Problem ist. Aber denen wurde halt nie zugehört. Und jetzt wird es halt wirklich immer problematischer. Und das spürt auch die CDU hier in Sachsen, die ja deswegen ja auch dann, zumindest das ist meine Wahrnehmung, dann sehr krass auch rechte Themen nochmal auf die Agenda bringt, um irgendwie noch wählbar zu bleiben. Und das nervt einfach. Das nervt einfach so richtig hart, dass in Sachsen zum Beispiel auch so viel verschlafen wurde. Und jetzt versucht man irgendwie der Lage her zu werden und macht es eigentlich nur noch schlimmer, indem man sich der AfD politisch und thematisch halt annähert. Also ich möchte nur mal ganz kurz nochmal just for the record sagen, ich wollte nicht nur darstellen, wir haben nur ein Nazi-Problem in Ostdeutschland. Ich glaube, das ist Quatsch. Das wissen wir alle. Zumal wir ja jetzt auch gerade dieses absurde rassistische Video auf Sylt, das ist ja jetzt wirklich, wo man nicht vergessen werden sollte. Also die ganze Aufregung über dieses Sylt-Video ist auch ein bisschen absurd, weil einfach natürlich gibt es auch in allen, also rassistische Ressentiments, Rassismus gibt es in allen Schichten, in allen Bundesländern oder wir können es auch globaler austreiben, insofern genau, oder auch Antisemitismus. Mich hat es nur so ein bisschen interessiert, weil jetzt diese Wahlen ansteht. Ich hatte mich vor kurzem mit einem Bekannten aus Leipzig, der jetzt auch in Leipzig wohnt, aber auch aus einer ländlicheren Region kommt, und der meinte, was ihm so aufgefallen ist, ist, dass die Stimmung zu Hause, also zu Hause im Sinne von seinem Heimatdorf oder Heimatort, doch nochmal eine ganze Nummer schwieriger geworden ist als früher. Also, dass man einfach merkt, da, wo man früher irgendwie doch noch mit den Leuten irgendwie halbwegs reden konnte, ist jetzt einfach viel zu. Und genau, deswegen bin ich so ein bisschen da drauf gekommen, ohne jetzt zu sagen, dass das pauschal überall so sein soll. Nein, das wollte ich dir auch so nicht in den Mund legen. Ich auch nicht. Du hast das angesprochen, weil das unsere regionale Herkunft ist und wir natürlich da immer noch verwurzelt sind. Und von wo können wir berichten, wenn nicht dort? Also, sorry, weil das wollte ich dir jetzt nicht... Nein, alles gut, alles cool. Anheften. Ich will nur sagen, also diese Themen, die da angesprochen werden, die sind jetzt vielleicht doller, weil jeder glaubt, seine Meinung nicht mehr kundtun zu können, ohne zu merken, dass er gerade kundtut. Und weil er glaubt, sie nicht mehr kundtun zu können, sagt das halt lauter und doppelt so oft. Ja, deswegen ist es vielleicht auch doller. Ich glaube, die Meinung an sich, diese rechtsextremen Neigungen, die gab es bei uns, also bei mir im Dorf auf jeden Fall, die waren spürbar. Die wurden auch offen ausgelebt zum Teil. Also, dass da so Reichsflaggen in irgendwelchen Gärten wehten, das ist jetzt kein Bild, das sich jetzt erst etabliert. Das gab es in den 90ern einfach sehr häufig. Und ich glaube, das Einzige, was jetzt passiert ist, dass durch die sozialen Medien einfach die Menschen glauben, sie wären jetzt in der Mehrheit, weil sie schneller zu Leuten kommen, die die gleiche Meinung vertreten. Und das hat natürlich auch so einen Effekt, dass das auch wieder mehr Leute werden. Also, so eine gefühlte Mehrheit schafft dann doch eine realistische Mehrheit. Und das wiederum ist das Gefährliche, dass die Leute sich jetzt über Social Media schneller verknüpfen können, sich schneller die Köpfe heißreden können. Es gibt ja so Filterblasen, wo dann Leute sich in Telegram-Gruppen dann einfach finden, die gleichen Themen beackern. Und weil sie die gleichen Themen geil finden, sich dann auch wirklich extremer entwickeln und somit dann plötzlich jemanden umzubringen, wie zum Beispiel in Hanau der Amoklauf, der ja dann sich irgendwie auch wohl, der muss jetzt überlegen, ich kann das jetzt nicht verifizieren, aber da auch Leute in solchen Telegram-Gruppen sich radikalisiert haben, der Typ, der Lübcke abgeknallt hat, der hat sich definitiv von so einem Mordaufruf halt auch lenken lassen. Total. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Gefahr, das ist die arge Gefahr, dass die Leute, dass die Politik noch nicht geschnallt hat, dass man Schülerinnen und Schüler in Schulen schon auf den Scheiß vorbereiten muss und denen erklären muss, welche Effekte auf sie warten. Also was Filterblasen sind, was zum Beispiel Echokammern sind. Übrigens Filterblasen, Entschuldigung, ich meine nicht Filterblasen, sondern Echokammern. Also so Telegram-Gruppen sind Echokammern, wo das die eigene Meinung auf Wiederhall trifft und somit sich verstärkt und das war jetzt ein inhaltlicher Fehler meinerseits. Pardon. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen die, nicht nur ein bisschen, das ist dieses arge Problem, dass das Internet und seine Wirkung noch nicht wirklich in Gänze klar ist. Ja. Ja, also genau. Ich glaube, über die aktuelle Situation, da gehört, glaube ich, auch, also da könnte man auch, glaube ich, noch eine gute Exkursion machen zum Thema, was gesellschaftlich, sage ich mal, also was Politik verschlafen hat, um wirklich effizient, also wenn ich jetzt höre, zum Beispiel, dass irgendwie zur Debatte stand, irgendwie Fonds wie Demokratie leben wieder einzustellen oder zumindest dem das Geld zu kürzen, dann denke ich nur, ey, ihr habt den Schuss auch nicht gehört, aber gut. Aber das sprengt jetzt, glaube ich, den Rahmen dieses Podcastes. Apropos verschlafen. Thrun, wo bist du? Wo bist du? Der ist weg. Der ist weg. Der hat keinen Bock mehr auf die Echo-Kammer von Bierschinken. Ja, der hat sich jetzt aus dieser Echo-Kammer entfernt. Ja, genau. Der wollte sich nicht radikalisieren lassen von uns vieren. Nee, und ich glaube, Thrun hat, Thrun wollte einfach signalisieren, wir reden jetzt einfach so lang. Oh Gott, jetzt reden die Dorf-Ossis wieder von ihren Problemen. Keinen Bock dazu zu hören. Die Jammer-Ossis, ach Quatsch. Jetzt nutzen die jede Plattform, jetzt nutzen die jede Plattform, um wieder rumzujammern. Diese Verlierer, ey, diese Ossi-Verlierer. Jetzt gründen die noch Bands, damit man denen zuhört. Diese Wende-Loser. Ich höre jetzt nichts mehr. Seid ihr weg? Nee, also der Thrun ist weg. Ich bin da. Ja, ich bin raus, glaube ich. Du bist raus? Wir hören dich aber. Wir hören dich, genau. Jetzt höre ich wieder ein Zappeln. Ja, wir hören dich. Jetzt ist wieder gut. Jetzt seid ihr wieder da. Genau. Aber prinzipiell, wir können festhalten, es ist ein gesamtdeutsches Problem, was sich tatsächlich in den neuen Bundesländern, gerade in Mitteldeutschland, auf alle Fälle ganz schön krass zeigt, durch die Wahlen und insofern ist die Wahrnehmung schon irgendwo berechtigt, aber trotzdem greift sie zu kurz. Ja. So, gut, Leute. Was Leichtes zum Abschluss. Was Leichtes verdaulich ist. Was Leichtes verdaulich ist. Wenn du ein guter Journalist bist, Valentin, dann komme ich verdaulich. Ich bin aber kein Journalist. Ich bin so ein Hobby-Podcaster. Ich bin so, was Leichtes zum Abschluss. Oh Gott, ich bin so ganz schlecht bei sowas, weil ich bin ja immer nicht vorbereitet. Okay, Valentin, was ist dein Lieblingsessen? Mein Lieblingsessen. Ja. Alles mit Pilzen. Ich liebe Pilze. Boah, das ist ja, das ist ja noch schlimmer als Garmusik fast. Fast, fast. Also, Valentin, ich mag, ich mag Pilze. Die Antwort würde sich bei mir, wenn ich sie mir selber stellen würde, das tue ich einfach mal. Siko, was ist denn du am liebsten? Ja, Siko, gute Frage. Ich hätte als Kind auf alle Fälle geantwortet, Spinnert mit Ei und Kartoffeln. Oh ja, finde ich auch geil. Dadurch, dass ich mich jetzt vegan ernähre, ist das mit den Eiern so ein bisschen hinfällig. Aber was ich tatsächlich gerne esse, ist immer noch vegane Lasagne, Bolognese. finde ich auch geil. Geiles Zeug. Absolut, ja, absolut, Hammer. Oder Kartoffeln mit veganen Quark, auch geil. Oxan, was ist dein Lieblingsessen? Senfeier. Natürlich. Und, was ich nicht so, welcher Senf, welcher Senf muss es sein? Mittelscharfer Bautzner Senf, natürlich. Mittelscharfer Bautzner Senf. Unglaublich. Tolle Antwort, Oxan. Ich bin sehr beeindruckt. Und was isst du nicht so gerne? Oxan, was isst du nicht so gerne? Pilze offensichtlich? Ja, also alles mit Pilzen, Champignons, Abtobenpilze, das mag ich alles nicht so. Und Tomaten pur. Also Tomaten verarbeitet als Ketchup und so. Richtig geil. Aber pure Tomaten, wer das isst, boah. Tomate, Mozzarella magst du nicht? Tomate, Mozzarella magst du nicht? Du spielst mit einem Menschen zumindest, der gerne Tomaten isst. Was machst du denn jetzt? Ja, ich weiß ja, deswegen darfst du mich auch nicht wecken seit zehn Jahren. Ach so, weil ich aus dem Mund nach Tomaten rieche. verstehe. Genau, das ist gar nicht deine persönliche Art, dass du irgendwas an dir hast, dass ich irgendwie aggressiv werde, wenn du mich weckst. Okay. Sondern es ist einfach dieser ekelhafte Beruf nach Tomaten aus deinem Maul, Also theoretisch, falls ich dich jetzt weggehe und ich habe vorher Senfeier gegessen, was ich für dich tun würde, Oxan, weil ich dich liebe, wäre das okay für dich? Ich würde aufstehen mit einem Lächeln, ich würde dich umarmen, ich würde meine Zunge in deinen Hals ganz tief reinbohren, Okay, Oxan, du hast jetzt gerade, du hast gerade Träume und Wünsche formuliert, die mich ganz, ganz erotisch aufladen. Okay, stopp, 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 jetzt fangen wir jetzt rein. Ich werde das auf jeden Fall mal ausprobieren und werde für dich auch wieder Eier essen mit Senfsoße und dann werde ich dich ganz, ganz sexy in Unterwäsche wecken. Da bin ich mal gespannt, ob das, was du gerade beschrieben hast, auch wirklich passiert. Okay. Ich glaube, ich würde dich trotzdem anmaulen, das war jetzt einfach ein Video. Aber wir sind ja hier in der Therapiestunde und da kommen dann auch die unangenehmen Wahrheiten einfach mal auf den Tisch. Es tut mir ja leid. Und jetzt hängt hier alles. Du wolltest uns verabschieden, Valentin, oder? Naja, irgendwie auf einmal war Oxan weg. Ich war weg? Ja, du warst wirklich so richtig mitten in diesem Therapiestunde, zack, und dann war Pause und dann war weg. Aber das lassen wir alles im Kopf. Darauf hatte dieses Programm, was wir hier nutzen, gar keinen Bock. Ja, genau. Aber es hatte vor allem auch, glaube ich, war das ein Zeichen, wie sagt man, die goldene Hand Gottes oder irgendwas, oder ich bin ja nicht religiös, aber ist egal. Thron, wo bist du? Wir verabschieden uns jetzt. Ja, Thron ist raus. Thron ist raus. Ich finde es total cool, dass wir es gemacht haben. Auch wenn wir es, wir haben es für die lieben Hörenden, wir haben es ein paar Mal verschoben, zweimal, glaube ich. Es war viel los in diesem Frühjahr. Umso schöner, dass es jetzt geklappt hat, Ende Mai. Ich freue mich total, wenn wir uns mal wiedersehen, konzertmäßig, ob es Berlin ist oder Leipzig, oder vielleicht spielen wir ja sogar mal irgendwann ein Konzert zusammen. Das wäre ja auch... Das wäre richtig gut. Doch. Das wäre nice. Und dann weiß ich, der da drüben, ohne Nass... Der da drüben, das ist der Typ von Soko links. Ey, Valentin, wenn das klappen sollte und wir dann zusammen im selben Haus übernachten, vielleicht auch dasselbe Hotel haben oder was auch immer, wo wir uns dann... Ich werde dich wecken. Nein, ich gehe, aber... Ich werde dich wecken und habe vorher Senfeier gegessen. Und vielleicht kannst du den Wunsch erfüllen, den Oxon jetzt gerade in seiner Person ausgesprochen haben. Vielleicht kannst du das für mich machen. Also das... So, als freundschaftlicher Dienst einfach. Also, du kannst mich gerne wecken mit Senfeier. Ich dachte, du willst jetzt, dann gehst du Oxon wecken. Und dann... Nee, nee. Den Job übernehme ich nicht. Den Job, den werde ich keinen ans... Ich ziehe mir nicht den Hass von Oxon auf. Das stimmt doch gar nicht. Als wir letztens ja auf Tour waren im Nightliner, da hast du auch immer andere Leute vorgeschickt, mich zu wecken. Komischerweise war da Oxon tatsächlich sehr, sehr nett. Oh ja, kein Problem. Natürlich stehe ich auf. Klar, wenn du das wolltest. Und das dem gesamten Gefüge gut tut, dass ich jetzt hier ohne Probleme hier einfach aufstehe und meine Aufgaben mache. Na klar, mache ich das. Und wenn ich das gemacht habe... Halt die Freude! Was willst du? Ich schlafe. Genau. Das ist so der Unterschied, den ich da abzeichnen würde. Ich weiß auch echt nicht, wo es herkommt, aber das ist dann eben so. Also ich kann dir sagen, bei uns in der Familie ist es so, meine Frau hasst aufstehen, wie die Pest. Und es ist immer mein Job. Ich dachte, sie hasst Kinder. Das wäre echt blöd. Das würde ich nicht sagen, aber es ist halt einfach, ich bin wirklich derjenige, der immer die Frühschicht macht und aufsteht und dann schon dir alles vorbereitet. Dafür kannst du dann spätabends Podcasts aufnehmen. Genau, zum Beispiel ab und zu. Aber ich meinte, wollte ich damit sagen, ich werde auch mit Oxon fertig, also wenn ich ihn irgendwann mal wecken muss. Damit bedanke ich mich noch mal ganz, ganz herzlich dafür, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mit uns zu quatschen über euer neues Album. Sehr, sehr gerne. Also eigentlich ja nur mit dir. Ja, eigentlich nur mit mir, aber Thrun war bis vor kurzem tatsächlich noch da. Das ist auch... Vielleicht schickt er uns... Der ist einfach weg. Aber er hat die Kamera noch... Aber er hat die Kamera angelassen, damit es auch wirklich jedes... Ja, und das Gute ist, wir werden ihm einfach im Nachhinein sagen, er soll uns noch eine Verabschiedungssprachnachricht schicken, die wir dann da reinschneiden. Auf jeden Fall. Also Valentin, vielen, vielen Dank für die Einladung. Thrun, vielen, vielen Dank für die Einladung. Wir waren sehr gerne wieder bei euch. Wir kommen gern wieder. Wenn Wiederkommen heißt, dass man zu Hause bleiben kann, kommen wir gern wieder. Und ja, wenn du ein Konzert hast und du uns einladen möchtest, schreib unserer Booking-Firma. Ah ja, genau. Und dann zahle ich das aus meinem Kaffee, aus meiner Kaffeekasse oder so, genau. Ja, genau so habe ich mir das gedacht, ja. Prima. Also, ihr Lieben, lasst es euch gut gehen, habt einen wunderbaren Sommer, viele Konzerte und bis bald. Bis bald. Danke. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.